Der Scream ist an. Siegesgeheul! Was? Der Kante nur ein, der einen Kante, der einen Kante, der Kante ein, der eine Kante und der Kante den Cousin ist ein. Ah. Ich kenne auch Leute, die einen kennen, die einen kennen. Und diese Leute kennen einen und der verwehrt mir, was zu posten, obwohl die anderen Leute mir das ja erlaubt haben. Alphamytrie 1.0 ist nun zugänglich. Bestimmt eh nicht das richtige Item, der will dafür. Meinst du? Ich bin noch 251 jetzt. Ja, ich hab's nicht. Ich brauche mal sehen... Der Junge will was erklären, doch ich habe keine Ahnung davon momentan. Und ich bin viel zu groß hier vorne. Item Level, das ist was ein Item Level. Ich weiß, was ein Item Level ist. Ja, also. Nur ich weiß nicht, wie es in Final Fantasy aussieht. Von den Leveln her. Inwieweit die steigen und so weiter. So. Ich stecke Rüstung. Meine Empfehlungen für heute ist die Hauptquest namens nicht weinen. Oh. Wer weint, der verliert. Ich hoffe, es läuft alles flüssig. Ja. Auch in guten Mengen, weil ich nutze jetzt wieder OBS hier für streamen. Ja. Zum Testen. Ja. Ich hoffe, es funktioniert. Einigermaßen. Ey, weißt du, was mir eingefallen ist? Nein. Bei dem Video, wo ich ja mit diesen ganzen Typen da mit den BMObs da am rumspringen bin. Könnte ich jetzt so einfach neue Hintergrundmusik einfügen. Ja. Da sind auch noch Parceras. Warum dann würdest du das tun? Ja. Warum nicht? Was ... Weine nicht. Oh ... Oh, weine nicht, mein Kind. Du weißt doch ... devils never cry das so heißt am ende eine von bild von der m2 1 hat das umbenanden devil never cry heißt komischerweise nach trotzdem noch war ein wein 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 was gelber war aber was ein kollege haben wir was gar nicht wusste ich hatte nicht bei dh collection von der m3 geholt hat in die ersten drei teilen weil ich gleich mal ein von anzuhde ein gefühl dass sich alles so anklage würde ich gerade lesen wie viel teil läuft und dann hat ein kollege nämlich gesagt weil auch hier die ganze animation und so waren so dass das der weg weil nur entstanden ist weil eigentlich war hätte der weg von 1 damals wie es in die 4 werden sollen haben die neue haben die aber immer neue sachen eingefügt wir haben die irgendwann gesagt okay ganz ehrlich aus machen wir jetzt was eigenes dann haben sie mit dem was sie schon hatten haben sie dann der weg bei 1 gemacht kompass hier spielen so vor es ist ein ungewöhnlicher umschwung den sie haben von den 1 spielst dann merkst du richtig so gut ist es dieses flieger irgendwie kommt und so du merkst das animation und sachen einsammels gleis sind richtig gefühlt wie du es sind über 1 hat mir so gleich kommt so aus der ecklix ecke gehört das wäre schlimm ich möchte die serie und die filme und dann kommen wir mal juna und stetschen da war so was mag ich nicht wenn sie den titel selber beibehalten aber es dann irgendwo mit anderen namen versehen ist doch einfach eine andere tutsche das spiel zu sein nach dem letzten video und stets spielen aber es ist trotzdem irgendwo ein bisschen warum macht man sowas dass man das hat sich in der vergangenheit nie bewährt es war immer schlecht irgendwie sieht dein stream gerade richtig schwammig bei mir aus richtig schwammig das ist auf 720p 30 fps genau wie wir auf xsplit ja trotzdem schwammiger von der qualität ja ok jetzt gerade geht es kann sein dass es extrem schwammig aber mir die vorschau mal aus vielleicht geht es dann ein bisschen besser mit übertragung was dann weniger cpu frisst vielleicht überträgt es am besser ich weiß es ja nicht ich mache es ja testweise auf ob es wenn es halt nicht so gut sein sollte wie bei xsplit dann gehe ich auf xsplit wenn es das besser überträgt der xsa daran nur halt haben beide irgendwo vor und nachteile nicht so scharf wie sonst das nehme ich jetzt gerade als beleidigung gegen mich so gemein na gut ich habe ja auch nicht rasiert das passt und sie ist eine frau sie weiß von wenn sie sagt endlich mehr so scharf ich spiele wieder die ich spiele wieder diese karte aus jungen voll gemein der direkte meistern da das muss sie sein glücks die grün scheiße macht schaden vielleicht kann ich dagegen ankommen versuch was macht ich meine sobald meine dinge leise auf 100 prozent ist ist ja angenehmer bis dahin muss ich noch ein bisschen warten und umhauen aber wie ist es so als im chat gerade so bezüglich visuellen ist genauso wie bei wie gestern oder es ist wesentlich schlechter ach Gott sei Dank ist es voll aber wenn es wesentlich schlechter ist dann würde ich definitiv wechseln wollen auf das andere programm grafik ich meine nur wenn es wesentlich schlechter sein sollte auch das nicht es ist geil so viele fähigkeiten zu haben mit dem man gegner einfach krippeln kann oder sich verstärkt bei mir im handy schwank ist immer kann man das haben wir sehr umscharf zwischendurch jetzt mit dem umscharf bei der kamera liegt vielleicht daran dass es ein green screen filter hinten drin hat das wäre das einzige was mir gerade so einfallen würde ja bei xp habe ich das anders ist es ja von der grafik ein bisschen anders eingestellt oh Gott ja ja macht mal mein freund vielleicht hast du was tolles und story drin wer weiß aber sag mal leero wie geht es so am morgen an diesen frühen frühen morgen du hast inhaltsrückblätten feiert und zeige die kämpfe auf und spiele sie später wieder ab um das krankgeschehen besser zu verstehen du kannst du die kämpfe aufsicht eines frühen mit blitzgrüßig ey sehr geil das ist ja mal geil das ist ne geil das frei ja ich habe auch noch frei bei mir dauert ein bisschen bis das studium anfängt das semester ist ganz komisch ich würde auch viel lieber irgendwo keine ahnung morgens mittags arbeiten oder so ein bisschen was machen anstatt irgendwo zu studieren weil es echt langweilig ist ist darum verdient im grunde um nix ja und sollte einfach nur sachen lernen ich habe ich habe nur keinen bock bei jobs irgendwo mich bewerben zu müssen auf sich tausend stellen immer absagen zu bekommen so ein scheiß weil ganz ehrlich was soll verbinden wenn ich da irgendwo was hinschreibe ja von wegen ich such das und das und das oder ich will das und das und das machen und im endeffekt bekommen wir das eh nicht weil naja schlechte erfahrung ne ich muss halt jetzt ja ich bei mir ist halt das nicht bloß so in dem bier halt das jetzt halt bei den titeln zu verhandeln bei dem einen äh das jailing soll ich im november zum tag der offenen tür und mich verraten lassen und dann meinen ganzen sammeln nehmen auf gott tagt auf eine tür ja gut der fuß die meint ist dann wegen da rein schauen ob sich dann das alles hinhaut und alles und dann nehmen wir gleich noch mal ein anderes Problem was ich studiere bwl Problem mit mir ist einfach ich habe keinen bock auf einen handelsüblichen job immer so kennt der irgendwo zu gesellschaft beiträgt ja und wegen verkäufern so ein scheiß ist echt dreckig schlimm ich brauche irgendwas kreatives ja gg weee fangt erstmal am saufen die schnapps drossel naja ist erstmal eine schöne fate alleine gemacht mit dem einzelnen mob drin cool ja war genau mein level habe ich easy solo gemacht das war auch irgendwie schwerer sind da haben die die wirklich genervt oder oder krieger ist overpowered hui na du hast in diesem jahr deine zweite ausbildung angefangen uch ah löschen ich hatte wow ich brenne die ganze zeit hier rum äh ich hatte bisher eine ausbildung angefangen gehabt ähm war doof weil sie hatten mir das falsche gegeben beziehungsweise sie haben das was ich eigentlich haben wollte haben sie in genau dem jahr rausgenommen und haben mir einfach was anderes gegeben was ich nicht haben wollte war natürlich angepilzt hab halt nur die probezeit irgendwo äh gemacht und sie haben mich dann mit dem bescheuertsten evergrund rausgeworfen dann von wegen dann kommst du nicht durch die probezeit ja wirst gekündigt so von wegen ich hätte mich verweigert und halt so ein scheiß was total gelogen ist es ist lächerlich deswegen ist sowas nicht so mein ding hm Mücken wer mag es nicht Dünge Mücken ich denke so spaziell ist wenn die PS4 die Möglichkeit du musst schaffen vor dem 29. Januar zu besitzen hm weil dann kommt King Nuts 3 aha das ist vielleicht auf 60er PS aber so fair ich würd sagen kauft den PC huhehe äh da kann ich King Nuts drauf spielen hm naja theoretisch schon ha ich bist jetzt kein PS4 Emulator brauchst kein Emulator du musst sie nur zurecht schneiden anpassen an PC dann passt das Bankkauffrau uuuu warte Ausbildung zur Kampff Bankkauffrau abgeschlossen und jetzt Erzieherin lernen what the hell das klingt skurril dann würd ich lieber Bankkauffrau Bank bleiben als fucking Erzieher was nicht läuft ja Bank äh da kannst du wesentlich viel mehr Geld verdienen wenn es darum geht aber natürlich Erzieher ist einfach klar du willst irgendwo Leuten was beibringen also schon uuuu Bankkauffrau meines Vertrauens ist Anna in Fire Emblem Awakening Anna du bist hammer wenn du dich bewegst im Outfit Anna komm her du langsamer Gegner ist langsam langsamer Gegner ist langsam ja von Mücken erwartet man dass sie schneller fliegen aber sie sind arschlangsame Dinger die langsamer Gegner ist langsam ja ist so ich habe auch einen in meinen Freundeskreis und der heißt auch Chris bester Crowd überhaupt dieses Jahr ohne Scheiß man ich habe gestern einen Film gesehen und der hat mir gefallen und dann habe ich heute morgen einen noch einen Film gesehen und der hat mir auch gefallen wow dude eine feindliche Presence rote Schokoburst oh mein Gott feindliche Schokoburst rot nur weil sie rot sind nur weil sie rot sind die sind ja allgemein die sind halt etwas äh angriffslustiger als normal nur weil sie rot sind ich habe das Film doch sogar mal gesendet ich weiß aber nur weil sie rot sind boah das ist rassistisch ich hab die Tankstones an du musst mich verarschen das ist rassistisch verarsche ich die Fresse jetzt RPM natürlich da kommen die aufer empfingend was für eine kurze zeit alter da komme ich raus drücker da 22 moment stirb 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 jetzt mal den 2 Hör mal auf du Scheiße, Awe jetzt, du Kackvieh, Alter. Lauf vor uns, lauf. Alter, wieso kann ein Chocobo mit dem Ohr auf mich casten? Das macht keinen Sinn. Alter, nein, nein, ich will nicht gegen Chocobo sterben. Das war die Scheiße. Das klingt ja sehr, sehr unterhaltsam gerade, wa? Nein, das ist Paul. Komm, 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 der erste ist recht tot. Oh Backe, Alter, oh Backe. Oh Backe, Kentucky. Oh Backe, Kentucky, frei. Chicken. Hör mal auf dem Scheiß mit dem Ohr jetzt. Oh, ich bin tot. Das Ding macht über 40.000 Schaden, willst du mich verarschen? Oh gut. Halt die Fresse. Jetzt muss ich da wieder hinlatschen. Halt die Klappe, Junge. Alter, was ist das für ein Killervieh, ey? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Alter, eins und scheiß mit dem Job macht einfach mal 40.000 Schaden. Ich hab nur 60.000 Leben. Brauchst du mehr Leben? Ich muss ein paar Katzen fressen gehen. Was? Katzen fressen ihr? Jede Katze krieg ich nur ein Leben hinzu. Für ne Katze? Deine Katze hat ein neues Leben. Ja. Ja. Und wenn du eine Katze frisst, übernimmst du ihr Leben. Das wäre mir neu. Das ist ein gleiches Prinzip bei Teufelsfrüchten. Ja, klar, natürlich. Also willst du sagen, dass Blackbeard damals Whitebeard was weggefressen hat? Und der Blackbeard sich, hör mal was an, das war. Äh, bei Black Mom ist das so. Black Mom hat ihre Teufelskraft von jemandem, weil sie sie gefressen hat. Hotel. Das ist nicht nur, man, eh noch. Das klingt skurril, ist total ekelhaft. Ich kann nicht mal meinen scheiß Schokobo als Mitkämpfer wieten, weil ich keinen Gießerkraut habe. Alter, was ein Kraut, Junge. Das Kraut war schon groß besser. Alter, was für ein Scheiße, ey. Was ist das für Kerlbücher? Ey, wenn ich jetzt wieder sterne, ich ticke aus. Ich finde es gerade sehr amüsant, dich da bei einem Schokobo vorrecken zu hören. Alter, die Finger ist gleich unterbrochen mit hier auf dich. Ja, und? Ja, guck du erstmal dahin, weißt du? Du hast Hang-Stands an, Alter. Ich brauche meine Skills nur mit drauf und sterbe noch fast instant. Du hast keinen Skill, der dich permanent mehr in der Verteidigung geben kann. Kein so'n Schicken wie ich. Ich finde es trotzdem amüsant, das war gerade. Halt die Fresse jetzt. Wieso? Komm du erst mal auf Level 7, komm du erst mal so weit wie ich, Alter. Ja, komm ich bald, komm ich bald. Bald, bald, dazu musst du erst mal die ganze Filme kaufen. Ja, ich weiß. Das wird bei dir natürlich nicht passieren. Ah, das ist so herrlich. Das ist nicht passieren, du? Ey, dass du gegen Schokobo verkackst. Du hast nicht mal zwei Sekunden, um aus den Aue rauszulaufen. Zwei Sekunden? Easy. Nein, das ist weniger als zwei Sekunden und das Ding ist übelst groß. Und mitten in der Mitte stehst, kommst du nicht mehr raus. Wow. Das heißt, du musst Kamerade eigentlich von den Fikern weglaufen, hin und wieder mal angreifen, dass einer tot ist und hoffen, dass du nicht immer aus Versehen findest, während du mit einem eingeschäftigt sind und dem anderen drin stehst. Hm. Scheinbar schon. Halt die Fresse jetzt. Was? Du willst die Fakten nicht wahrhaben. Halt deine Fresse mit deinen Fakten, Alter. Fick deine Fakten. Der Junge ist wieder gut drauf, wa? Merkt man, wa? Schlimm. Ja, weil du dumm klingst, kannst du provozierst, Alter. Wo provozierst du? Das mache ich. Wir machen, wir machen die dauernd hier gerade drüber lustig, ja? Wenn wenigstens der eine tot geblieben wäre, ey. Ich mache mir doch nicht über dich lustig. Halt die Fresse jetzt. Oh. Komm mir sehr bekannt zum was. Ja. Halt die Fresse. Ahh, das ist warum ich. Hat sie gesagt. Ach so. Hast gehört, du sagst du dir halt die Fresse. Voll netter Junge. Ja, ich dachte. Voll netter Junge. Ja, ja. Ich dachte es kann vom Gebirge sein. Nein, nein, nein. Ja, natürlich. So müssen wir dich auch sagen, kommt mir so bekannt vor. Mhm. Ja, das ist denn Spaß dir, Alter. sie sehen aus wie schoko kekse und schmecken auch so aber ist der frühstücks was ist mit dem typen falsch was ist mit dem typen hier falsch tötet das tötet das sammle kokosnüsse natürlich im feld bereich auch ich kann da nicht reinspringen ist ein witz doch wieso kann ich da nicht rein laufen deine unsichtbaren wände sind komisch ich mich gerade ok aus hier diese scheiß krönt mit dem rand ziehen das ist so ekelhaft holy crap ganz ehrlich der repos nicht gestern gesehen habe nach dem stream das sehr komische neue das war so da waren acht leute ja ist für mich ein raid nee raid ist was anderes hier prima e zählen nicht als raid also du machst partei raid alles was über eine gruppe hinausgeht ist für mich ein raid klappt zu das sah allerdings gar nicht mal so schwer aus ein bisschen tanzen muss man da passt schon nur nur halt nur halt der schaden der man rein bekommt wenn man getroffen wird ist halt es kam ein bisschen auf persönlichen skill an ob man den sachen ausweichen kann die da reinkamen ja das sah halt nicht so schwer aus das sehe ich direkt wenn ich dann auch hoffentlich irgendwann mal heute noch mal da hinkomme ich auch was weiter als hier mit 50 kannst du eh nicht kommen ich kaufe mir character boost weißt du doch ja 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 ach je jetzt haben sie guild wars geil gelöst ich hab für guild wars habe ich total viele character boost die kriegt man da gratis einfach durchs äh durchs wenn man durchs spiel spielt ja wir würden character boost kriegen wenn der scheiß ja mal wenigstens online kommen würde und die aktivieren würde oder chris eigentlich mal wieder ein spiel online kind und sagt kommen wir suchen uns oder wir machen uns eine neue gilde können wir uns hier schon mal selber aktivieren oder ich mach die gilde ein scheiß warum denn ja gut ich habe eh keine zeit für irgendwo groß gilden war doch immer noch nicht dafür aufgaben machen muss erstens hast erst 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 mal behandel ich habe schon mal auch nicht mal ansatz weil ich jetzt qualifiziert mit deinem character und zu sagen du machst jetzt hier einen aufgillen leiter und ich gehe in keine gillerei in der das wort kiesel vorkommen aber nicht kiesel hab nein warum nicht keine lust was hast du dagegen brauche ich nicht aber du musst nein doch nein warum nicht du bist ein Trantütenkopf du du bist ein Trantütenkopf oh Giffels jetzt hast du es mir gegeben Digga jetzt hast du es mir richtig gegeben alter mein Herz fängt an zu bluten success oh mei was sag mal hörst du dir irgendwas zu wenn du redest nein ja ich habe mich selber aufm Kopfhörerrand stumm ja natürlich ja Spaß ja mit Absicht muss ich mir selber beim Quatsch dazu hören du scheißfrosch hör auf damit goddammit mach weiter du rennst vor den weg und die ziehen die immer wieder zurück ich weiß ich kenne das das ist nervig das karkland was ist das denn so Klausel der grimmigen ne so wie ein Ehepaar boah nee ey los nicht los nicht los nicht da da dazu sage ich erst gar nicht nur homo weil es einfach von vornherein nein ist ja so vornherein einfach so nope ich würde erklären warum er immer noch single ist naja naja warte was ausbringe eh nix hier in dem so dem so dem so muss ich mir irgendwann musste da wieder hin und dann werde ich wieder voll quatschen tun sie auch ihren im sturm blatt auch nein das ist ein dungeon ja 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 es ist ein land und es ist kark ich würde zwar sagen wie jemanden den ich kenne der auch eine Glatze hat aber ich kenne keine Glatze hat bei mir in der Gegend na wenn wir noch ein bisschen warten habe ich auch noch eine okay also wie du in der zukunft richtig oj ich werde dann schalt und ich sage dir 2.0 Nein, tu das nicht. Ich bitte dich. Bitte kannst du dir sonst vorhin stecken. Werd nicht Xavier Anaconda, ja? Was? Was, Anaconda? Ich heiße noch gleich Angela Anaconda. Xavier Anaconda. Ich heiße Angela Hallihallo. Ich lad dich ein zu meiner Schau. Und ja, ich kann das Opening noch. Spiel dein Grinsen an, dein Grinsen. Er verliert die Hoffnung. Das war noch... naja, Anaconda war keine gute Serie. Mit Johnny Abaddi. Da gehst du ja auf zu schreiben im Chat. Du bist der fucking Spurer, du kannst reden. Heinz Maul jetzt, ey! Das sagt ja grad der Richtige. Und er schreibt Stuss. Und er schreibt Stuss. Ja, aber er hat so ein... Ach Gott, der ist aus wie Hitler. Ey, von der Seite seid ihr grade ehrlich aus wie Hitler. Nein, der sieht so komisch aus wie so ein italienischer oder spanischer Winzer, Alter. Das wärs eigentlich, glaubst du, glaubst du, glaubst du, man wird von in dem Spiel gebannt, wenn man sich so ein Lala-Fan mit Hitler-Design macht? Boah, mach's doch. Nein! Nein, teste es. Komm! Dann mach ich nen zweiten Account und mach das bei irgendeinem Kollegen dann. Ich kann mir heute auch noch so eine erstellen, wenn du magst. Nein, wenn er kauft mir das Spiel doch mal irgendwie so richtig billig gebraucht. Mach mal diesen Charakter und geh auf eine andere ID. Wow. Nur für den Fall. Du kannst ihn ja doch Adolf Himmler nennen. Ich glaub mich, dass das heute erlaubt ist. Was, Himmler? Adolf Himmler? Was, Adolf Himmler? Ja. Ach. Nein, das brauch ich nicht. Hm. Aber was ich jetzt mache, kurz abkühlen. Ihhh, ich hab so ein eklasses Ding bekommen als Pad. Schein, Mojo? Ich mag Mojo. Das beste Mojo ist immer noch Mojo Jojo. Hui. Ah. Festessen. Gimmi, Gimmi, Gimmi. Bitteschön. Bitteschön. Ich übergebe mich aber dahin. Und das Fest mal für drei Personen. Gimmi. Hm. Die Musik ist chillig. Am Abend. So, Essen steht. Jetzt wird ge- fräsen. Und ein Level abhaben. Yay. Ist, Stoller, muss ein Missverständnis aufklären. Was für ein Missverständnis? Oh. Es gab wohl ein kleines Missverständnis. Aha. Und dann geht mein Sprint weg. Ich hatte dich doch als meinem Gleiter den großen Aventeuer angekündigt. Das heißt, du bist eigentlich der Ehrengast des Festes und nicht der Gastgeber. Ah. Spiel, das ist ein großer Mittelfinger. Wirklich? Come on. Aber hey, ich beschwemme nicht. Ich habe wenigstens Rüstung bekommen. What? Dieser fliegt ja erstmal und schmeißt dich auf die Knie. Was? Bekloppt. Wir da. Wir kommen zurück. Oh mein Gott. Du hast gerade verpasst, wie der komische Anneletyp da in die Luft fliegt und dann sich auf die Knie schmeißt. Muss ziemlich schmerzhaft gewesen sein, aber meine Fresse. Warum auch nicht? Ja. Dann auf in den Dungeon. Das Interessante ist ja, dass ich tolle die ganze Zeit dabei stand und nichts gesagt hat von wegen, das ist ja eigentlich für dich. Ja, und ich mache die ganze Zeit Arbeit die ganze Zeit. Arschgeigen. Cool, wir fliegen mit komischen Vögeln dahin. Was ist denn die Chocobos? Ui. Ach so, der, oh, da wo wir den anderen Spartaner verloren haben. Da ist ein Spartaner verloren? Äh, Alphina. Oh. Der ist ja gestrandet. Wie ist denn der? Okay. Ich frage gar nicht, wie man gestrandet sein kann. Er wollte zu den Galären verhandeln und ihr Flugschiff wurde angeschossen und dann landen sie da in der Wüste. Okay, das ist verständlich. Och, komm. Lava, kein Sturz über Essen zusammenstellen, ja? Ich habe zwar gefrühstückt, aber ich habe Sauhunger. Naja, ich habe mir gerade einen Keks und meine Kappnudeln. Was? Kacknudeln? Kappnudeln. Nee. Wow. Hatte einen tollen Kostüm an. Er hat eine Hose und das war's. Hose und Schuhe. Das wird sich lieber berichtet werden. Hm. Oh, schön, wie er mit einer Funktion in den Controller-FM-Quest zu spielen. Oh, ich bekomme eine Quest von einer verlockenden Tänzerin. Oh, hi. Rrrr. 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 an deiner rammer gott von wo war das immer gleich ich habe nicht alles kommt folgen geschaut tatsächlich ich habe mir lange zeit mal so die wir nicht bezockt haben war so die zähne unsere angehört angehört der mann davon der klippe fällt ja ok nein er sagt er will nein auch allen möglichen version sagen die er kann und was schreibst du wohl außer wenn du von der kippe fällt weiß nicht ich weiß noch von der kippe und dann probieren wir aus was du sagst dieser ring ist total lächerlich der ring wenn ich ihn austauschen will dann zeigt die mir an dass ich mit dem anderen ring eine rüstung verlieren würde aber da gibt gar keine rüstung der hell ich hätte vielleicht den lunch nicht anfangen sollen als ich meine mühle so viel hingestellt habe hier fallen felsbrocken von den bären runter ist das nur scheiße kommen die bringen da hin ist level 1 das krieg ich noch nicht alle hier her und auf die fresse ich verstehe auch nicht wie ein ring eine verteidigungswertung geben kann das wirkt ein bisschen surreal ja aber wie kann ein ring bitte rüstung geben doch meine natur ich meine magie abwehr würde ich verstehen ja weil ich irgendwo magische barriere drauf aber eine verteidigung gibt so viel ausrüstung im spiel denke wie kann das denn überhaupt irgendwie denken aber scheinbar tut es das wenn er um finger getroffen werden solltest okay das nicht als akumente so einfach kann ich überzeugen ja und der war meckern das ist meine geile rutschpartie so erster dann schon was ist das das heißt schon mal irgendwo aufpassen dass ich kämpf und c warum uns gerade gedonnert weiter gepfiffen habe ach hier ist das gerade zufällig dass es passiert oder es gewollt das ist genau dann donnert welcher pfeife ich weiß es gerade nicht mehr ach ich habe mir der bau ist ja richtig arschloch weil wenn es zufällig ist wäre es mega cool eigentlich nicht zufällig eigentlich nur zufällig kenne kein event oder irgendwas von der story wo wir nun irgendwas benutzt als anfängt zu donnern dann bin ich zeus oder tor oder leck mich am arsch irgendein donnergott nehme ich auch gerne hin dann gab es mal eine quest so den typen unter dem wasserfall immer wieder einseiten muss das model ok daran erinnere ich mich nicht aber ich glaube das will ich auch wenn man sich an sowas überhaupt erinnern es ist schön dass sie sich daran erinnern dann muss sie erst richtig gefallen haben wahrscheinlich ja wahrscheinlich ja ich muss noch kurz den knopf drücken er funktioniert cool inzwischen aber das ist ein richtiger Matsch mhm das klingt irgendwie ein bisschen doof an man muss ihn einseiten und wenn es wenigstens eine sie wäre wenn man männlichen character spielt dann wäre es ja nur halb so das ist aber nicht der typ von der kriegersache oder weil der steht unter einem wasserfall mit seiner fetten axt dann würde ich mir Sorgen um dich machen ich meine der typ ist cool naja einseiten muss man jetzt kurbel graben ständig neue tunel sich blicken die alten mitfallen wow cool finde ich nett ja ich auch das war ein älterer den man auch irgendwann in was in röckchen rumlaufen sehen konnte what the fuck langsam wird es merkwürdig langsam es geht schnell viel zu schnell why die Idee dafür hat zu überspulen hörst du Spanien auch nicht ranzuziehen wie geht es alle nach selmas klamm mhm klamm heimlich ok Jogi Jogi if you hit me with the red spot and try and kill me for the rest of the world and when he is now in the temple after 6 pm for you i mean it was the ground boh 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 oh da müsst ihr auch mal hingehen kobold lager ah ok ich geh mal in das schlafen von titan mal schauen wie es aussieht er steht auf dem stein solange der noch doch nicht zu kurz ist äh wie kurz ist der rock ich wills gar nicht wissen der ist ja schotte na gut wenn der schotte ist dann ist es äh ist es ok weil das ist kultur ne naja ich unbedingt in der kultur die ich teilen wollen würde naja kultur muss man recht spektieren bestimmt aber keine rocke und keine dühelsäcke das ist gegen düdelsäcke der düdelsäcks sind super ja wenn wenn man die falsch spielt klingt scheiße und die richtig spiel ist gut primativer meine eltern meinten die hat es gut gespielt ja ja das sagt das ist sehr gut kein fernsehender naja müssen wir es mal ganz probieren wie denn was das bezweifelste ich habe gerne ich habe zu ihr und ich habe ok na komm stirb du kobold dina bevor der andere gespawnt ich hab kein bock darauf Scheiße, die halten aus wie Sau! Ey, der heilt sich? Du Sack, hör auf, nicht zu heilen! Oh, der hell! Genau, hör auf, du bist zu heilen! Nein, nicht mich, sich! Alter, was ein nerviger Gegner! Ich brauche eine bessere Axt. Wann ist der nächste Story-Dingens für mich? Äh, ich meine, Klassen-Dingens? 35? Ja, ne? Äh, entweder 35 oder 40. Ja, dann 35. Ui, 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 ui. Ich muss unbedingt mal irgendwann, nehmens später, dann Evans Ward hassen, Dark Knight machen. Ich muss sagen Dark Knight! Ja, so ein geiles Deutsch. du musst unbedingt weiter hier bleiben das signal auch erhalten sonst kannst du nicht mehr zurückkehren scheiß portale klang nach dem portal lang so ja und der nächste was schon wieder wenn es in portale geht vertraue ich nur eine person eine defekte drohne das ist irgendwas mit laser schabern aber dringendong gamma gamma kammer kammer kann man ja ich kann ein knotpunkt ort und tiefe einer es ist ein portal und das ist eine prüfung da 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 titan na jemand lust bis auf jeff der hat keine game time doch der game time ich spiele doch gerade ich weiß du hast du hast du gestern geschrieben gehabt von wegen du hast gt und was du hast ich muss aber auf jeden fall in den nabel aber auch die mindest stufen anforderungen dafür viel spaß nicht runterfallen ja super das war damals games kommt geil das spiel nicht mal draußen war und wir alle getan machen konnten und jeder zweite einfach oder geflogen das haben wir alle noch keine ahnung von dem spiel haben okay kommst du mit wenn ich dann fertig bin wie lange dauert ungefähr das ist ja vorher als der boss glaube ich wollte er daraus nicht mehr lange dritte schon nehmen da war das lange ich hasse ich hasse sowas und wenn es so auf der achten auch schon sich so irgendwo mit langsam und sowas und das ist an den rennen brennt das heißt laser sind doch immer was gutes mit freund und na jetzt kommt auch so komische segen ich habe keine ahnung die einfach mal eben mit sonic speed mal eben durch die gegend klingt doch nett so mehr hast du als dann schon sein ist es welchen dann schon mache und dauert nur rüstungsteile für andere klassen kommen ja kenne ich kenne dazu gut ich mein wenigstens was gescheitst du nicht bekommen würde dass ich hier auch mal irgendwie mal item level höher kriege nein warum da ist aber feine fände ich dass es wesentlich einfacher als in wo ww wenn du das falsche klasse ist als gelitten kann es ähnlich benutzen die allianz macht sie dauern schon so ewig und drei tage lang und dann machst du den freust du freu freu und dann bekommst du nix oh ist ne menge grobe alte meine fresse hallo du hammer was kommt jetzt alles hier ist eine riesige fliege hier ist eine riesige spinn die aus dem boden ragt ja aber liegt vor allem an senoblade 1 diese diese eine spinne an dieser einen klippe die war bullshit wenn du gesagt hättest ich hatte ich habe ja erst mal potterfilm so fertig gemacht oder der zweite war das genau der zweite war das dann hätte ich gesagt okay ich kann es nachvollziehen bei hässlich er muss überlegen wo war denn da eine spinne zweiten halie potterfilm die spinne von hacktel riesengroße im wald boah keine ahnung wahrscheinlich verdrängt verdrängt erinnerung das gesunde bürger ist bis nicht bevor erborener gigaworm acht ein riesiger vom zwei kleine das kommt mir gerade so bekannt vor sind wir neuerdings in buch drin oder was ist los das sieht aus wie dieser vormdorf von der brusack aus schweigen voll zett mit seinen zwei kindern vor dem sich wie geht das okay hast du die art nicht gesehen dragon ball z habe ich nicht geschaut ich habe nur seit kai geschaut ohne fehler scheiße hier hast du nicht die folge sehen wo es von koko und legitta im wohns magen drin sind doch doch und dann war noch diese 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 würmer da die die vor dem wir geht dann so schiss hatte etwa so viel im schiss er wird es nicht zugeben krötenstuhl das tiefer wald und einmal wässlich ist ich muss irgendwo da sein wo sind die komischen kröten wo sind diese komischen kröten ich suche sie mal vielleicht finde ich dir ich kann natürlich auch im internet nachschauen wo ich sie finden kann von wegen hier ein guide für alle maro dördinger bla 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 aber nee ist so doof alle sind die spinnen tal der spuren steht sogar dran tal der spuren ach das ist da vorne hey das ist da wo ich mal durchgelaufen bin wie könnte denn hier sein bin ich dauerhaft durchgelaufen der war nix mann alter sogenannten sind es hier diese komischen dinger lーん so lange du das mache ich eben die ganze leben hätte ich das jetzt nicht allzu lange dauern sie sind wahrscheinlich da drin ich bin gespannt was ihr meint von wegen viel spaß und fall nicht runter das ist aber noch besser bei den gitarren zu stellen das wird erst später schlimmer das normale ich habe nämlich boss die einen nok becken das ist ein komischer sandrabe das ist ein schöner turm da vorne das willte mir jetzt oh mein gott der name in der rot der hell ein item was immer gebrauchen kann ich brauche ich über einen titan run ich wollte auf jeden fall wenn ihr bock habt und ein paar leute die mitmachen wollen ja ein idee platz troffer geben an mich hier nicht wird es nur schon mal sagen kollegen was willst du spielen am arsch in dem teil der spuren diesen fact cup west wind welcher spielt welcher welt spiele ich odin warum lauf diese spinn so mega langsam na komm sterb gut und auch das eine nach ekelhaft vaporisieren macht mir wartet hat ich meine gruppe auf kann ich machen oder jack macht das was ihnen auf ihn warten muss ich habe keine ahnung wie ist großartig mache ich könnte natürlich reinschauen das gruppensuche privat scheiße müssen diese kaputt machen bevor der aueda kommt oder was ist denn das in der scheiße du 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 ja jetzt angriff ganz witzig wir sind gerade eingeschlossen scheiße lass ich ihn machen also der kann dreckig lachkröten weg 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 so und wir werden sterben wo war das andere was nur machen muss da unten tiefers die wald lebst du noch gerade noch so krasses kraut junge ja ja richtig krasses kraut komm heiler heiler komm überleb dir wieder ist mir egal wie aber tu irgendwas ich hab kein bock um jemand wieder neu zu machen alter der kampf ist ja richtig arschloch immer noch der vorletzte oder letzt jetzt schon jetzt ist das auch noch nein ich bin gar nicht ja die liebe mich werden nicht auch das ist das hier das gebiet ja ich weiß wo ich bin es wahrscheinlich dann hier unten da war noch nicht vier pilzköpfe töten es ist so einfach gemacht so alles in meinem leben kommen wir euch das schaffen wir noch irgendwie ist mir egal keine komische baum mit nichts drumherum komisch scheiß so eine druiden sache baum schmuser haben wir unser heiler nicht so behindert wäre ey der pennt hier wieder halt noch diesmal so es ist kein roter chokobode nicht vernichtet dünnes eis leger ganz dünnes eis was denn ich spreche nur die wahrheit wieso habe ich denn wieso habe ich denn keine fängsten sagen der drache die kreft an die drache ist immer einfach einfach denn wo genau sind diese koschen pilzköpfe hier der hell die satte susi ja es ist ein komisches zentakel monsterchen wo zum geier sind die dinger oh nein ich bin ja auch wie sie sein fucking ganz jetzt so kurz vorm ende ich muss ja diesen scheiß noch mal machen bis ich sie aggressiv ist so lustig ähm leute und verdammt so kommt zum nächsten heute noch ein bisschen schneller ich kann ja hier runter springen ich will please ach hier sind sie ja die pilze hallo da darf man auch mal klatschen war kläb kläb aber trapt das leben ein item ist besser als kein item auch mit dieser moral training so kommt na komm sterbte komischer grötenstuhl ja auch gerne schaden an dem was 90 ist ja gar nichts so passt sweet so schauen wenn man das nächste ist todesweiden töten muss ja hinten wieder was aber das genau hierhin muss come on ich frage den dinger muss ich jetzt gehen eigentlich 4 ok hey du komisches ding du sobald er fertig ist und ich die dinge abgeschlachtet habe dann gehen wir auf jeden fall in den kampf da kommt der mensch krass aufnimmt hier die tasten ich drücke die weg ganz zahle auf die tasten und der gibt es alles mit das ist schlimm markt ha 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 guter witz ein alter und stark zum beispiel zu helfen selber nicht was hatte ich nicht in spiel gesehen welche mimik die kraft und von wegen mit den armen herrscht irgendwas werde es auch Hmm Ich zeig gerade so dämlich aus, aber... Was? Ich zeig gerade so dämlich aus, aber das ist falsch. Ah. Gruppensuche. Rekrutieren. Okay. Dann die Prüfung einstellen, Dingens, Abschluss, bla 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 bla. Prüfung... Du musst einfach nur auf Start drücken, oder? 年的 Abfall. Abschluss... Da ist runter. Oh, ist drin. Gut. Ähm, ach so, das ist ja. Da. Gut. Ah, das war das 1522. 1522? Jawoll. Okay. So, was in der Retschi? Wenn er noch da ist. Ja, Retschi. Ja, haben wir es. Sollen es noch jemanden? Da, da kennen wir sofort. Einen Platz haben wir noch. Was brauchen wir denn? Wir haben eine Idee. Wir haben einen Tank. Wir haben das, was auch immer gerade Retschi ist. Äh. Keine Ahnung, was er ist. Das rennt er aber auch nicht. Ja, der Lauer 3 reichen. Könntest du einen Noob Heiler anbieten? Das, das, das reicht mir. Nur Heiler kann ich mitnehmen. Hey. Solange wir eine volle Gruppe haben? Ja. Und ich keine Ewigkeit wieder warten muss auf irgendwelche Typen, die nicht heilen. Ja. Ja. Ach, Dragoon war das genau. Dragoon. Dragoon. Ja, was ist das nassgrosche Geräusch. Ja, dann wäre ich schon ein Pilz angegriffen. Mit der Hell. Hm. So. Sacken drauf. Na dann wollen wir mal. So. Äh, Leute, mach die Tür auf. Hallo. Die haben wir nicht reinlassen, die Säcke. Einen Moment. Und es geht los. Okay. Der Nabel. Es ist ein leichter Tropf. So wie in One Piece Nabel. Hm. Das Nami. Nabel. Oh. So haben die sich auch bei Emil mal begrüßt. Hm. Ein oben lebender, ein Anderling. Hm. Nicht erlaubt verboten. Aha. Muss das immer aus, Grobe. Reicht. Hm. 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 Lügner, Betrüger, doppelzüngige Verräter. Wow. Hm. Du hast noch schlecht. Großer Vater, Herr der Felsen, Herr der Berge, Herr der Erze. Das bin ich. Boom. Schon gewonnen. Hm. Sei der Titan. Und dann hast du echt gefallen. Hm. Hm. Oh ja, so sehe ich jeden Morgen aus nach dem Ausstehen. Hm. Oh boy. Boah, der hat immer eine geile Dragoon rauskriegen. Hm. Bei Sakura hat man wenigstens was zu sehen. Bei Sakura hat man wenigstens was zu sehen. Oh. Der ist halt nett zu sein. Hm. Hm. Der ist halt nett zu sein. Hm. Huch. 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 Also von dem was er bisher macht, könnte man meinen, der zerstörtet den Boden oder so. ok an den rand also kommt mit runter gefallen und macht dann jetzt auf dem schwierigkeit schick attacken drauf gefällt mir das ist das ist mein ding und so bruder ist los genau was war scheiße und den jetzt aufmachen eigentlich der kraft den muss man ganz schnell raus ja ich habe auch die herz kaputt machen ganz schnell Irgendwie kann ich ihn nicht richtig targeten, den Boss ist es merkwürdig. Ja, weil er jetzt das Herz macht. Ah. So, jetzt kommt sein Move. Jetzt kannst du ihn ja nicht targeten. Ah. Okay. Können wir auch sein Schaden ein bisschen. Hm. Also wenn ich es nicht verstanden habe, wenn er von oben herunter springt, so möglich aus der Mitte raus, wie es geht. Weil je näher man in der Mitte ist, dass wir Schaden bekommen. Ah. Ja. Okay. 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 Ok. So. ist aber ganz schön schnell umgeklippt er hat noch gute und gerne fünf prozent gehabt alles in allem von den quests nach den kohle fehlen bis hierhin war es okay die kohle fehlen waren das schlimmste bisher ehrlich ehrlich es war auch so schlimm damit haben sie den missgunsten nur verdient an dem sie existieren hast du auf deine roulette schon immer ich verstehe es nicht die space nazis werden sie beobachten beobachten aber greifen nicht an das ist war was seid für komische bösewichte ich hinterfrage die motive dieser bösen space nazis eine einzelne waffe die kompletten krieg beenden soll tja atombomben wasserstoffbomben alles möglich alle sehr oft weinen als ob square enix alt nur sterben lassen würde ja 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 Wie die einfach alle teleportieren können? Ist lustig? Bei dir hat ja ihr Spielerwesen so normale Augen in Anführungszeichen normal Katzenaugen Ja aber bei mir hat sie sieht es ja aus als wäre sie blind auf den Augen Okay Grauer star was solls passiert Keine Ahnung wie alt die ist aber von der Stimme klingt sie halt so wie 50 60 50 60 in Katzenjahren weißt du doch Es war so klar dass das wieder kommt Ehrlich ehrlich Wo da unten Keine Lust an ganzen Kobolden vorbeizureiten die die Nerven Die hau mich eh wieder nur vom Mount Arschgeigen Oh come on wirklich der Teleport war schon durch Du Bitch der war schon durch Was ne Bitch Holy Shit Klappe zu Ach come on Komm sagt zum Klappe zuverlissen Dich oder was Man merkt ne bei mir ist es eigentlich relativ egal wie viele Leute zuschauen Ich mach meine Sache so oder so Er ist auf Zuschauer Zuschauer zahlen Ziel zahlen zahlen Ich versuche mich nur zu weisen Und weil es mir Spaß macht Backe alter ey Ach ich beides Nett Hast du mich grad idiot genannt? Was? Ich hab mich Barker gesagt Das hättest ich grad nur wie Barker Backe Backe Du Ach ich muss nur nach Ich muss auch genau schauen Wann mein Sub ausläuft Komm mal schon genau nachschauen Game time Kannst auf dem Moki station auch mal schauen Das hatte ich jetzt gerade für Achterburg Jesus Christ Ich vernetze macht Ich habe neue Sachen auf Twitter Komm was denn näher Lauf geschwind Und Kleines Kind Kodestuhlkind So Bitte Ihr habt wirklich die Talen besiegt Die Gefahr ist gebannt Das ist ja unglaublich Nein Sag ja nicht Bescheid Ich will sie nicht nochmal sehen Die ist gruselig Klapper 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 Ganz ehrlich Das teleportieren Ist voll die Cheaterei Na ja du kannst dich jederzeit Hintelportieren Wenn du irgend so ein Vergehen gemacht hast Da könntest jemanden umbringen Könntest dich an der anderen Seite der Welt teleportieren Sagen ich war da Wow Ja teleportieren kostet Geld An wen zahlt man das Ich weiß es nicht Das ist so So skurril Vielleicht an Gott Gott ist halt Geld geil Hat er auch einen YouTube Kanal Und macht auf jeden Scheiß Werbung Fick dich Lassen Moment Da steht einfach nur einen Tag dran Ich hab keine Ahnung Keine Ahnung Wann der eine Tag vorbei ist Das ist sehr sehr skurril Moment Sprung So Mein Account Das steht ja nicht dran Da steht nur meinen Charakternamen Und sonst nur der eine Tag Aber nicht genau wann Sehr komisch Na mal gucken Ich würde halt nur gerne wissen genau wann morgen Nicht dass ich irgendwo sage Ich mache einen Stream an Und auf einmal Nach 10 Minuten geht das aus Das kommt auch an wann du die GameTime eingelöst hast Ich habe keine Ahnung Ja schön Das war auf Gamescom ne Das war Ganz wie spät ne Glaube Oh mein Gott die Wache ist tot Das ist nur in der Falafel gewesen Also kurz bevor wir glaube ich aus der Gamescom raus sind Dann war es abends Das müsstest du locker morgen noch streamen können Ja Kein Stück ominös ist jetzt nicht tausend Leichen rumliegen Hm Da ich mal Dankeschön Achso ich habe nicht Keine 13 Euro oder so um die Welsens einen Monat wieder zu holen Ich kann mal nachschauen Livecheck Im Stream Wie viel Geld habe ich So Was wollen wir alle wissen Naja einfach nur habe ich genug Geld auf dem Konto habe dafür Theoretisch ja Theoretisch ja Ich bekomme ja auch noch Geld überwiesen Ein ganzes Stück Ja da habe ich genug Geld eigentlich Ich kann es weiterführen Leute Hurra Bis zum Max Level und dann nicht mehr weiter Was Bis zum Max Level und dann nicht mehr weiter Ja immerhin weiß ich das Ja die Kohlfee ist tot Yes Ich meine Ja die Kohlfee ist tot Ja sie schwebt noch Da freut sich der Junge Nee er lebt noch shit Falls das ein R ist Ich bin mir bei den Viechern aber auch nie sicher Welche was nicht für ein Geschlecht haben Das ist ein Morgenporn Voll traurig Ich finde gut dass die alle tot sind Ich bin mir auch von Sack Und wegen Hey wir haben keinen Teleportpunkt hier Zum Sonnenwind zurückkommen Dann reden wir über die weiteren Schritte Ja bis dann Ja er kauft sich ja schon die Erweiterungspacks noch Aber er streamt ja auf YouTube auch noch mit anderen Scheiß Mit den er bezahlen muss Ich denke aber hast du gesehen die drei acht Teile auf die Switch raus Von Final Fantasy Der arme Junge alter sein armer Geldbeutel Der fährt anzutreide Könntest du uns jetzt sehen Aber ich glaube ehrlich ich werde mir doch am nächsten Monat Den zu machen Oh Gott das wird zu teuer Oder ich fand echt bis wo wir als Enddruck gehen Das hat eigentlich auch immer gezogen Ein Angriff Aber Mario Party können wir jetzt noch eins spielen Ah ist halt abgeschossen Ah nice Vor allem cool Unterarmpistolen Gut Hier also steckt sich der Bezwinger von Ifrit und Titan Ich muss auch sagen Das ist das Minispiel Wir haben bei dieser Bratpfanne Und diesem Spektwürfel da Was ist mit der Geldbeutel? Sie haben das Handy irgendwie strumm Was ist denn noch? Ähm Eiskalt abgeknallt Voll den Rücken Fies Oh nein Oh nein Ein bisschen energischer Du musst unseren Krieger des Lichts warnen Hast du verstanden? Ich ergebe mich Aber verschont meine Leute Ich bitte euch Oho Da ist uns ja das Prinzesschen persönlich ins Netz gegangen Ganz schön dumm von dir Ich selbst ans Messer zu liefern Wird sie sagen Ist wie wir bei mir schon groß Ihr könnt suchen wie ihr wollt Oh Da habe ich mich extra hübsch gemacht Und dann Wenn du das hübsch nennst Oh Sie meinen es jetzt extra hübsch gemacht Wenn sie das hübsch nennen Dann Aua Oh Wo weiß ich denn Was du ihm trägst Da wird ja Da wird ja Da wird ja Wo sie ihre Schande verbunden Wo konntet ihr eigentlich wissen Wo wir Schluss jetzt mit dem Geschwafeln Oh Leute hört auf zu labern Die Kohlfee macht wieder alles kaputt War ja klar Die Kohlfee weggetreten Ich mag die Olle Wieso bist du rausgekommen? Schöner Roundhouse Kick einfach Bäm an die Wand Reisefertig Alle Goddammit Chuck Norris Das Ding kriegt immer volle Kanne Wie drei Tage Regenwässer Das ist Lasst sie in Ruhe Ich habe doch gesagt Ich ergebe mich Es reicht Wir sind hier fertig Ja merke ich Sie hat nie gesagt Das ist ja ein Gut Aber dafür werden wir Mit dem Goldstück Hier viel Spaß haben Mir scheint Nämlich Sie hat Ein interessantes Talent Was ist denn Lass diese Würmer jetzt Ich wollte gerade sagen Der sticht weiter Auf die Typen ein Und die macht nichts Und schießt den Typen ab Was ist ja Was der hell Also sie verhalten sich ja Wirklich wie Space Nazis Also wirklich Ja so wie gesehen Sind sie Sowas ähnliches Wie Nazi Imperium Nur ein weiter Erküteres Nazi Imperium So ja Von hinterm Mond Aber genau dann Wenn sie alle fliehen müssten Ja Auf einmal können sie Nicht mehr teleportieren Weil Ich will auch nicht unbedingt Als Galea Geboren werden Wollen Ja Ey Ist besser als eine Kohlfee Zu sein Na die Amagia Finde ich auch nicht Unbedingt schick Oder die Sahagin Also wenn Dann würde ich jetzt Als Falafel sehen Oh Mann Plus F Ich muss Respekt Es war dieser Moment Jackson Er F*** Wie kann man Sitzen Ja Machen wir kurz Kann man hier irgendwo Makros machen Makros Ähm Den hier Das können wir nur Nehmen sagen Da wo das Roundhouse kick kommt Muss man halt Muss dann einfügen Es war It was this moment Jackson He f***ed up Warte 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 T-Bag Ue Oh Oh Das musste mal sein Oh Mann Verurteilt mich nicht Ich mag die Kackfee nicht Ah Da Oh meine Güte Da fragt man sich Wo die anderen da alle sind Und wegen Hey wir geben Wir geben den Bericht ab Wir kriegen direkt Benachrichtigungen Ja Und Aber alle Leute die irgendwo Wichtig sind Sind weg Nur die ganzen Deppen Die einfach da waren Zu dem Zeitpunkt Die sind einfach tot Hm Das ist irgendwo doof Ah Muss jetzt eigentlich hin Okay Verurteilt schon den Tag Wenn sie die nächste Rasse einführen Und kommen ja scheinbar Diese komischen Hasen Oh Gott Die Leute mit ihren Bunny Ihr ist überall Alter Uuuuh Die hast du gesehen wie hässlich Was für hässliche Füße die haben ey Ja haben wir letztens schon mal drüber gesprochen gehabt In dem anderen Stream Ah ja genau Stimmt Ich glaube es war sogar der zweite Wenn mich alles täuscht Es war auf jeden Fall sehr Äh Komisch die Argumentation Warum Wegen den Füßen Weil sie die animieren mussten Irgendwo Haben sie nicht hingekriegt Oder Rüstungen Draufgeklatschen Das Ding ins Kirchen Ja Trotzdem Wer will bitte in der Hasenrasse spielen Also Why Naja Das gleiche könnte ich So viel Lala Will auch sagen Hey Ich stehe für meine Ideale Ich habe gesündigt Verflucht Die Feinde Was gibt's Schöner was heißt Eine Wildrose Los Rede Ach Er redet nicht Er hat nur Text Oh Jetzt kommt es auch schon wieder Monat her Wenn wir drüber nachdenken Das ist krass Ja Wie die Zeit vergeht Alles da aber Schon ein Monat her Seit man das in der Zeit Bis das epische Blizzard Orchester Gesehen haben Digga Das war derbe alter Das war derbe gut Und ich habe gedacht Du bist eingepennt Aber wir sitzen Ja Ich mache müde Einfach ey Kaum geschlafen Die Tage Und dann sitzt Und wieder Da dauert Irgendwo Und zwar hinsetzen Ich habe meine Frikadellen Mit dieser Currysoße Die waren lecker Alter Oh die shit Ich glaube ich weiß Was ich mir nachholen werde Von wo waren die Von Lidl Äh ja Gut dann gehe ich mal zu Lidl nachher Und hol mir diese Dinger Macht die ein bisschen warm Wobei ich habe noch Eine Spinatpizza von gestern Die ich mir machen Noch nicht gemacht Die ist in der Killtruhe Und Kräuterbaguette habe ich auch noch Kräuterbaguette Zusammen mit Fleischbällchen Mit Currysoße drin Oh alter Und das ist Marques Er hat bei 7. Katastrophe sein Gedenkstück verloren Die ist hochdruck zu suchen Naja gut Warte mal wer das ist Ich frage mich Ja Weißgrauer Bart Trägt Eine Kutte Wo ganz klar drunter Ähm Ja Gläser sind für die Augen Und ein bisschen Was glaubst du wer das ist Das ist sein Lieblingscharacter Er fängt bestimmt nicht mit C an und hört mit It auf Definitiv nein Aber er heißt Marques Und ich bin zu weit unten vom Level Shit Da ist der Ria Ich brauche mehr Level Ich bin unterlevelt Shit Oh endlich ist es mal passiert Nein Endlich ist es passiert Nein Ja mach doch mal deine Roulette Sticker Dann kriegst du doch übelst XP Stimmt Aber du bist gerade Gruppenleiter Oh warte Kontakte Auflösen Ob wir so auflösen Wir hätten es einfach anmelden können Ich bin gerade dabei Storycasts weiterzumachen Weee Weee Na gut Ähm Warte 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 Ich könnte meinen Ich könnte mich jetzt ein bisschen XP Für mein Dings Verhandel mal Äh Äh Mein Baden Ja warte warte Ich lade gleich wieder Ja gut Ich weiß nicht ob die anderen beiden mitmachen wollen Wieder Wollte mitmachen Sagt Bescheid Klatscht in die Hände Alles Geld rausgeworfen Ja voll Voll fieser Typ Der denkt nicht nach Erst handeln Dann schlagen Entschuldigung Ehm 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 So Nein Keine Prüfung Nicht festgelegt Abschluss Wieder ab Also muss noch was machen Alles klar Das Passwort ist Wie gehabt Okay Passwort ist wie gehabt Ich such's mal Immer noch 1 und 2 2 Leronymo Wenn du mitmachen willst Komm rein Mädchen Geht doch Ich will nicht wieder mit die Christen ist Happy New Year Keine Kurzstunde ist drin Ja los Zero Nimo Komm rein Komm rein Kommst rein Kannst rausgucken Yeah Kommst rein Kannst rausgucken Guckst du die sind Tanz Oh Junge Am aller Schlimmsten Geht ja eh erst mal Gehengeist Gott Dieser Tanz Während einer aktiven Gruppe kann keine Inhaltsung gestattet werden wie irgendwas Achso Ich sag meine Sachen sind fast im Arsch Komm die haben noch 29% das reicht doch locker Yeah Yeah Walk your body Yeah Yeah Move your body Walk your body Ah Nintendo macht wieder Werbung für Torna gerade Weil es ja heute rauskommt offiziell Als Cartridge So Warum kaufen sie das auch als Cartridge wenn sie es viel billiger kriegen könnten Weil sie das Hauptspiel nicht haben Oder Sammler Den ganzen Sammlerwert Wenn die sich erst das holen und dann das Hauptspielen sind sie erst mal enttäuscht im Hauptspiel Dass sie Dass sie nicht wie wir zwischen Kling und dem anderen vorziehen und her wechseln können Ich finde das Das Gameplay in Torna ist mega gut Das ist unfassbar schnell Aber die Gegner haben einfach ein bisschen zu wenig Leben Wenn du richtig anfängst Also wenn du richtig im Tempo drin bist Und du machst mit dem ersten Klingwechsel den du machen kannst Holy shit der Gegner der schmilzt dir vor dir weg Das ist schlimm Ne Ich meine selbst der Final Boss den kannst du weg klatschen Und ist auf dem selben Level Wow Denkst auch nur so wow Mal gucken wo ich meinen Lieblingsbogen noch finde Das muss ja irgendwo sein In meinem Bogen von Cellar muss ja irgendwo sich hin Aber sie haben wieder einen Fehler begangen im DLC Was denn diesmal? Ähm Sie haben vergessen Das Ähm Oder Kann sein dass es nur New Game Plus ist Dass wenn man am Lager ist Beziehungsweise Gasthaus Dass man sein Level zurücksetzen kann Also runter skalieren Du kannst wieder nur raus skalieren Wieso haben sie das mit Absicht diesmal nicht gemacht? Ich find's tof Weil ich kam mir zu Overleveled vor Du hast von dem Hähnchen auf die Fresse bekommen Von dem Hähnchen? Ja von dem einen Hähnchen Wo ich das eine Mal in deinen Stream eingeschaltet habe Ja komm Es gibt Schlimmeres Zumindest bin ich nicht beim ersten Mob gestorben Der kam Wie ein anderer Streamer Also du beschwerst dich von dass ich bei Schokobrot gestorben bin Die wehens in die Ohre schießen können Du bist bei dem kleinen Hähnchen mit einer Waffe gestorben Ja und Wenigstens bin ich nicht am allerersten Mob gestorben Der es im Spiel gibt Das war nämlich total traurig Ja ja Wow wir warten immer noch Wir warten immer noch auf den Heiler oder was? Wow Wo ist mein F**ken Bogen von Cellar? Das hier sind die Handschuhe Hier ist die Axt Hier sind die Schlapplinge Wo ist der Punkt? Habe ich den einen? Crema Klingel Ah Ballwocks rufen mal Ah Santor Wie gesagt nichts Das könnte ich auch mal machen eben Nordwald Sind dran das Ding Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Das habe ich nie im Leben getan Das kann mir keine Sau erzählen Ach ich bin ja im richtigen Gebiet direkt Am Sandshore Da unten Da haben wir ihn doch Sternensuche Genau dann wenn ich mal kurz losgehen will die Dinger umklatschen Na natürlich Schade Der Maschiner sagt zu Oh Entschuldigung Ich war grad in dem Dings hier drin Mein Gott Ja Ich hab schon gefühlt dass ich den weggeworfen hab Alter ey Ich bin schnitt gekommen Uh Bester Bogen im Spiel ey Hm Ja Ich hab mich den weggeworfen Du Ah Hey Oh weis Wiii Hm Hm Nett Horst Ja Sollte uns auch mal Ehrungen verteilen Kann nur an eine Person verteilen Ja Aber wenn du eine bestimmte Anzahl an Ehrungen verteilen Kriegst du auch nochmal So diese täglichen Äh Lass du so tägliche Aufgaben machen Kann sich solche Ehrungen verteilen Und so Bestimmte Anzahl an Ähm Hier Inhalt Und Rates Und hast du nicht gesehen Dann kriegst du auch nochmal Wirklich? Ja geh einfach mal auf das Menü Und geh auf aktuelle Agenda Äh Äh Was sind Kämpfe Für PvP Fates Gildengeheiße Handwerk Sammlerschatz Supervalue Stämme Stattliche Gesellschaft Gehilfen Gold Souser Eureka Und normale Agenda Erfolge Äh Sag von Anfang an wo genau? Agenda Aktuelle Agenda Kann ich nicht draufklicken Ne habe ich nicht Hä Habe ich nicht Hä Hä Wahrscheinlich weil ich nicht Maxell bin Muss man freischalten? Denke mal Digga nutzt man umzüllen Oder es gibt eine Quest dafür Ah Oh ich bin ein Level aufgestiegen Yeah Ja ist so lange her bei mir Dass ich gar nicht mehr wusste Dass man das Ding noch freischalten muss Warte Jetzt machen wir dann noch Das Ding zum Tier Normale Stufensteigerung dann Genau Lass mich kurz Mal eben was hier holen Ja ich muss auch noch mal Kurzes machen Wie heißt das Ding? Hallo Thali Hallo Thali Hallo Thali Hallo Thali Hallo Thali Hahahaha Hm Mh Gleich ein Problem Toll so Zau Wo sind diese Types? Hier ist das mein fucking Arsenal Jedes Mal frem Hey mein Arsenal ist doch gar nicht verlassen Teufel Wo sind diese Types die ich umklatschen soll? Sind die da? Zwar nicht die Pekingier Ähm Da die Jägertypes Hallo Ihr besterben Ey ich muss doch mal mein Ding voll machen Das Bestiarium Ach ja Dinger sind zum Level Verdammt gut Aber Hauptsache Aber Hauptsache Ja Mir erstmal sagen von Wie macht das? Macht das? Ich sag es geht nicht Ja Wie immer nicht nachgedacht So Noch einen nehmen wir den da hinten Quest wäre ein Ninsa Lominsa Guck mal Er sagt jetzt Wir können doch genau den Stand oben Ja Hab ich gerade gelesen Gehen wir einen Moment So Die anderen Typen die ich umhauen muss hier sind Äh Doktore In Halatali Äh Kommen wir nicht rein Oder sind die nicht gespawnt Wahrscheinlich im Dungeon selber Hm Und Pyros Ist auch im Dungeon Sind drei Sachen die ich im Dungeon umhauen muss anscheinend Okay Nordwald Zentrales Hochtland von Kräuters Drachenkopf Okay Oh das ist einfach nur Quest Dingens Was ich nicht machen kann weil ich die Quest noch nicht hab Hm Das wäre natürlich auch möglich Ah ja jetzt hab ich den geilen Bogen wie der aus 13 So Ähm Lim 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 Palim 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 Wow Ey ich bin Ich hab den Teleport grad mal gestartet und schon kommt Gold Seller Werbung alter ist ja schlimm Hm Hm Ähm Ähm In Lim Wir wollen ja nur Zadracht und Zwietracht zählen Hm Hm 10 11 Ist der Händler hier? Nee 11 10 Hm Oberdrecks oder was? Nee Doch einen oberen Decks Hm Hm Hast gerade geschrieben Ah Dann zu Achterburg Lauf kleine Hüsten Rennmaus Lauf Ich bin nicht zu Achterburg Da ist diese komische schreckliche Admiralin Die guckt immer so böse Melvin Die guckt immer so böse Wie hieß die Melvin? Melvin? Melvin Du weißt schon äh die böse Seite von ähm Merrick Mhm Die vergessen Agenda Fuuuuh Get it? Die sieht auch so aus ei Ich bin nicht Der Okay, dann holst du dich das noch eben ab, dann machen wir gleich Stufensteigerung Roulette. Kannst du schon mal anmelden. Ne, wenn du das Ding hast, die Agenda, dann bringst du wenigstens was für deine Agenda. Agenda 2018 oder was? Hol das einfach mal eben ab und fertig. Ja, schon klar. Profitierst du davon? Willst du mein Ansehen steigern? Das ist nichts mehr zu machen, irgendwie. Wow. Die Challenge ist wöchentlich. Welche Challenge? Agenda. Ach so. Die ganzen Sachen von wegen macht Agenda zurück, okay. Genau. Wow. Okay. Du hast doch Blut da drinnen. Ja, Digga. Mann. Ey. Das war schnell. Das letzte Mal, wo ich was für Agenda getan hab. Ey. Das ist über ein Jahr her. Ey. Du sagst mal, dass so ein Zeug erstmal freischalten muss. Was? Wir hatten das früher nicht. Was? Ne Agenda. Hm. Drei Dungeons als Zufallsinhalt abschließen. Okay. Gibt ja gute Mengen an Routine. Ja. Wolle. Müsst du dir immer mehr, wenn du... 5 Dungeons abschließt. Okay. Tragedien geheiße. Zehn gegen geheiße. Fünfmal jemanden als wertvollsten Spieler ehren. Wow. Zeitlimits noch knappe 100 Stunden. Na gut. 95. Hm. Alter. Ich schwör auch mal. Ich merke, sagen sie, mein Wissen im Spiel hat Lücken. Richtig. Das ist einfach alles, Sven. Ja. Oh Gott. Das war noch halten ohne Challenge. Doch. Ja, Mann. Das war schlimm. Oh Gott. Wahrscheinlich haben sie es auch nur eingeführt, um Leute hart kommen. Spiel dran zu halten. Du kommst nicht mehr von deinem Stuhl weg, ja? Nein. Du bleibst da und zockst. Naja. Das SG-Potrole ist gestraft. Das ist gestraftsteiler. Es ist so eine Sache, die... Spiele gerne machen, um Leute einfach dran zu halten. Von wegen, hey, du hast was zu tun. Bitteschön. Und du kommst hier nie wieder weg. Dafür hast du später noch Chloes Abenteuer-Album. Warte mal ab, mein Freund. Das klingt nicht gerade freundlich. Das klingt wie so eine Serie. Chloes Abenteuer-Album. Jetzt auf Netflix. Weee. Halt die Gute. Ja. Für alle beim Wetteln. Wir alle da am Strand rumgelaufen sind. Von Fate zu Fate. Und stundenlang gelevelt haben. Wie die Asis hängt. Oder eure. Ja. Das ist nicht immer für Juri. Interessiert mich. Außerdem meint ein Kollege. Das ist eigentlich nur gut für, wenn du deine Reliktwaffe machst. Und die Reliktwaffen mach ich eh nicht. Ich finde dafür lohnt sich der Aufwand eigentlich nicht. Da gehe ich lieber in den nächsten Late Game Wait rein. Und versuche da das Vieh zu klatschen. Dann kriege ich da auch eine Waffe. Die hat denn das einzelne was ich brauche. Ich muss eigentlich hier die Brandbirne machen ey. schlimm war draußen keks langweilig und lang und nervig deswegen lang ist ganz die katze überspringen ich weiß aber ich hatte gerade schöne werbung hier werbung werbung herrscher werbung kann manche von frischer kakao auch eine einstellung einstellen dass ich weiß ich hab's gesehen wollte aber nicht ist er dann schon ein klima brende meister da ist der aber du hast halt noch keine allzu große auswahl beziehungsweise das ist das ist das ich werde ja zum landschutzball bis level 3 oder so genau jetzt haben wir eine tanks jetzt anmachen abgesehen davon schmelzen die gegner hier weg ist ja grausam ich verstehe kein wort über die ganzen magischen effekte die reinknallen what the hell dann macht das spürt mal gleich an nein mal immersion alter mal immersion ist das der beste bogen im spiel ist das der beste bogen im spiel 312 ich habe ja damals die vorfalle wenn sie 13 3 war gab es in die wänder kopf aus 13 so für jede klassen gewacht kriegen das event war ja nur einmal das geil war da war ein lightning da dann machst du die ganzen rates und ganz einen weiter schnell feld mit der und einfach weißt du die pizza übers kampffeld wie sonst was und wir so alle so ganz stupide mit unseren normalen angriff das sah so bescheuert aus wird mir immerhin ein paar die bar mit willst oder 13 klatschen jetzt gibt es die etwa 13 waffen nur noch im pay shop haben wir einen schlüssel gerade das ist ja eine strukture für die wir haben die damals noch in einem event machen können und die anderen müssen sich halt kaufen die sind echt geil wow für die männlichen gab es ja den haarschnitten das aussieht von snow und für die weiblichen haarschnitten das aussieht von lightning naja ja sowieso das waren ihre haare jetzt nicht unbedingt ne ja aber das offen ist ja geil es gab ja auch ein drang quest event wir haben keinen schlüssel keine aufgehoben nein nur scheinbar übersehen weil hier drin ist keiner da vorne ist einer hallo sag ich mal dankeschön ach da ist so eine hexe bei warte hell ach so sag das doch ha sag ich jetzt mal gegner sind tja jetzt weiß es wir müssen aber die komische eine hier rausnehmen das macht wieder ja oee der nervt vor allem der ganze im raum ist gut es passt schlüssel ue lauf ehrlich jenna du hast eine Waffe von Chitanen die sind doch pottenhässlich ich finde die cool naja du musst nur die von shiva sehen alter die sehen geil aus jeder hat einen anderen geschmack das weißt du doch oder es fette riesige schwert das ist eh cool es gibt ein muckisch wert hm 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 ja So klar, dann bist du wirklich der einzige... Hey, warum soll ich den denn unterbrechen? Ihr seid eh nicht in Reichweite von dem Scheiß. Ich muss keinen Schaden tanken. Das sieht ja als Bogendrichenstukide aus, die Titanenwaffe, ey. Sieht aus wie ein Buchstabe. Ich muss mal gucken, was ich sonst noch alles für Bogen habe. Der war eh nach Westenbogen. Immerhin mal einen FF-30-Bogen und den kann ich keiner nehmen. Oh, doch. Könnt ihr den nehmen. Hehehe. Oh, zwei von denen, hallo. Wie? Das war eh, wo man in dem Feld dann damals beim FF-30-Event ging, die FF-30-Version von Warmuth. Und dann auf einmal Leitling mal eben so ihre Version von oben. Bitch, kommst du hier rüber? Bitch, kommst du hier rüber? Hau mir nicht meinen Jeff weg, den brauch ich noch. Bitch in den Rücken, Alter. So. Erstmal regenerieren den Scheiß. So. Hey Macarena. Hi. Ich sollte eigentlich mal die letzten 311 von meinem Baden machen, dann kriege ich wenigstens die erste normale Rüstung von dir. Sieht nicht immer so scheiße aus. Ich hab noch nicht komplette TP, ist egal, gehen wir drauf. So. Hallo. Wenn ich die, wenn ich Snows, wenn ich Snows Waffe zweimal hätte, dann gebe ich dir einmal die Axt. Weil das verdammt geil ist. So der einzige Grund, warum ich jemals Krieger ausspielen wollen würde, nur ich die Axt bauen kann. Krieger ist gar nicht mal so doof. Echt, Mann? Ich hab eine Take, klasse. Ich brauch ich unbedingt noch eine unbedingt. Ich hab schon mein Dark My Day zu Fall zum Leveln. Und der will Main Tank sein, hm? Ja, als Paladin. Paladine sind da, um zu buffen und zu heilen. In dem Spiel sind sie die Tanks. Paladine machen keinen Schaden. Paladin macht mehr Schaden als du hier. Ronny, Paladin du bist. Kein Schaden du machst. Außer hab ich ein Schwert und keinen Hammer. Wenn ich mal Anspielung mache, verstehe ich es nicht. Das ist merkwürdig. Es ist so traurig. Ja, genau die. Ja, das lässt uns sagen, äh, äh, unser, unsere Art mit Eliminia fett verziehen. Boah, Alter ey. Da muss ich mich aber erstmal mit dem Spiel auskennen. Das war alles läufig, muss das immer unbedingt immer der Fall sein. Naja, ein bisschen aber schon, ne? Ja. Ja. Kann man erzählen, ne? Jee, ne helle Bade. Wer ist denn so'n Scheiß? Ui. Weil, auch was auch gutes am Baden, wenn man Bade spielt. Bade kann man halt, kann man halt Instrumente, die man spielen kann. Kann man das eigentlich auch in WoW, Instrumente spielen? Äh, wie meinst Instrumente? Du kannst, wo du Instrumente auch viel du Lieder spielen kannst. Naja, es gibt ganz viele Spielzeuge, die du haben kannst im Spiel. Und wenn du genug Spielzeuge hast, glaub, äh, brauchst du 300 Spielzeuge insgesamt, die einzigerartig sind, kriegst du einen Mount sogar noch. Ich konnte, ich konnte nämlich mal auf der Haft in dem Spiel, konnte ich mal auf nach Amsterdam. Naja, also in dem Stil, glaub ich nicht. Naja, ich weiß nicht, was da gibt's doch auch. Also, das, ich glaub das geilste Spielzeug momentan, ähm, was ich selber hergestellt habe, war glaub ich ein Bejeweled Spielzeug. Das war geil. Einfach mal Bejeweled spielen. Da hast du noch wirklich so die Noten, die kannst du dann auf deine Skillleiste legen und dann musst du ja nun hier, uns ja nur spielen wollen. Ich konnte halt mal auf, auch nach Amsterdam konnte ich ja mal, auch wegen der Haft spielen. Da muss das mal auch rumlaufen. Komm, ich glaub aber, ich weiß nicht mehr, wie ich den Noten muss. Das ist halt ein geiles Extra. Jetzt haben die auch eigentlich, haben die auch andere Instrumente eingeführt. Hm. Aber erstmal gab's nur die Haft. Da ist ein kleiner Schlüssel. Und noch ein kleiner Schlüssel. Das ist halt wie bei Zelda, ey. So viele kleine Schlüssel, die passen nicht für jede Tür. Und gehen dann kaputt. Muss keiner verstehen, warum das passiert, ne? Na okay. Wird gleich mal 20 Leute blüht. Da 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 da. Da 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 da. Eyyyy. 35 heißt du kannst die nächste klassen oder jobauftrag annehmen und zudem kann ich noch die main quest weitermachen ich kann jetzt meine job klasse weitermachen mit der quest und ich kann die hauptkreis weitermachen heute ich muss gleich noch rüber gehen zu aldi oder edeka flaschen umtauschen ansonsten was hatte ich vor ich hatte irgendwas geplant heute heute abend zum beispiel mäßig theoretisch was anderes tatsächlich ich muss mir aufschreiben ich bin so doof ich kann es nicht merken ich habe da was geplant aber ich weiß genau ja das ist ja habe ich mal kurzzeitig gemacht für eine woche oder so ich weiß eigenlob stimmt da kommen ich darf es auch mal machen wenn man so wenn man so coole zuschauerschaft hat ja das können wir jetzt hier okay das können wir jetzt 17 sogar natürlich wenn man sich eigenlob eingecremt hat erstmal eine runde natürlich ach shit hey du aber nein aber verstehe mir nicht falsch verstehe mir nicht falsch der typ hier ja der ganze zeit im ohr sitzt der laber 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 vor dem zuschauer sein es sind eigentlich an sich relativ egal wie die zuschauer zuschauen deswegen euch ja aus was aber ich dachte auch mal mein spaß habe ja ja und die leute die dauer auf zuschauerzahlen achten das sind gerade wesentlich mehr als normalerweise irgendwie auch gut und weißt mhm auf was das ist gerade wesentlich mehr als normalerweise bei dir auf YouTube gesehen wenn du was im streamen willst haha na ja wenn du reinschaust sind die alle immer weg mhm natürlich gibt es ist so ganz ehrlich wenn du reinkommst du die alle weg auf einmal ich habe keine ahnung warum hätte ich jetzt auch gesagt es ist so es ist traurig es ist traurig ja ist ja gut ja ich glaube sie ich glaube sie naja ich glaube mir ruhig alles 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 oh der stunnen sehr schick hm 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 mal kurz tauben den sack ein bisschen schaden drauf schön die akku halten ne Aber glaub mal, ich werde definitiv Haupttank. Hashtag Triggered. Das kann ich auch verstehen, das wäre zu viel. Das war zu viel und zweitens, über die Hälfte von Spielt ihr eh nicht. Und was ist schönes? Äh. Und zurück zum Anfang. So. Äh, Moment. Ja, Rückführung musst du machen. Erstmal das Zeug ja aufnehmen, was da lag. Sonst kommen wir gar nicht da rein. Hat keiner aufgenommen. Hätten wir runterlaufen dürfen. Geil. Hashtag Aufmerksamer Tank. Gerne. Häh-häh. Gäh-häh-häh. Gerade einer gespritzt. Spritzt neu. Spiel zu mehr. Wie zu viel. Aber dann merkt man wieder der Unterschied zwischen den Leuten, die das schon alles gemacht haben und damit sie hochspielen und den Leuten, die es neu machen, ja. Die Leute, die es immer gespielt haben, die interessiert das nicht, die rennen einfach durch. Jetzt sieht er, dass ich auch nicht hier schon durch dieses tue Hebenhaus nicht gelaufen bin. Hauptsache das Pergament liegen lassen, ne? Ach, knüsch mir doch die Eier, Mann. Tatsächlich. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Lady Amanda, schön, dass du dich wieder zu sehen. Wie geht's denn dir? Hot. Spooky Raum eigentlich. Ich meine, die Innereinrichtung ist jetzt nicht das Geilste, ne? Makes a nice change from Shadow Room. Natürlich. Ich finde noch, dass er Hände aus der Wand kommen, war. Ja, natürlich. Ja. Was war denn für Ketten darunter kommen? Ketten? Ich weiß nicht, da kann man auch Ketten draus. Ich weiß, wo ich Ketten rauskomme. Aua. Äh. Ich denke mal, das ist dein Skill. So, ja, doch. Nee, ich kann meinen beiden. Krieg's gerade hier eigentlich allgemein nichts, aber ich drück's ja mal hier, dass es doch anders ist. Ich weiß nicht, wenn es nicht so ist, dass es keine Runde ist. Ja. Ich hab mir das gern. Warum, wir können von Kettenknappen auf die 20er-Mann kommen? Hey, ihr Kackpratzen. Oh. What the hell? Wir hätten das an der ist abgefeuert. Ah, shit. Hm. Tschütschi. Ich habe diesen ganzen, ganzen Beutelkutze gar nicht zahlen. Hm. Was haben wir denn so schön ist eine Kiste zu drehen? Und wir haben die 20er Mark geknackt. Hm. Yeah. Was? Ich bin ehrlich. Ich bin grade erst Level 47 gekommen. Bin jetzt noch auf Level 48 gekommen. Ja, sauber noch zwei Level. Und ich bin endlich auf Level 15. Und kriegt man eine gescheite Rüstung für diesen Wagen. Und ich bin jetzt 35. Das heißt, ich kann meine Klassenklasse weiter machen. Und das andere Zeug. Wuuuh. Ich möchte kurz aus der Gruppe hier raus. Äh. Ebenso. Ich. Danke. Jetzt auch der Gruppe bleibt. Und wo jetzt auch der Gruppe bleiben können. Ich meine. Wie ihr beschafft habt ihr beschwert. Ich hätte euch ja einfach nicht recht gegeben können für die Gruppe. Ja, theoretisch. Ähm. Wo war das? Das ist Sonnenküste hier oben. Oh. Ist da? Ja. Ist da. Schwieriges Publikum. Ich weiß nicht, was er mit den Zahlen hat. Ehrlich nicht. Ich weiß endlich nicht, was er mit den Zahlen hat. Ich kann es mir nicht erklären. Es ist merkwürdig. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Lass mich doch. Wenn du mal so erfolgreich wärst mit deinen Streams. Mann. Junge. Naja. Mein höchstes war gleich mal 35 bei KMH. Ja. Und. Ah ne. Ne. Mein höchstes war 40 bei Pokémon. Aber es war Pokémon. Ja gut. Pokémon ist auch so eine Sache. Und das mache ich nie wieder. Ich meine. Es war nicht mal schlecht. Aber. Jay. Jay. Der. Jay's Community. Zeigt mir. Dass ich das nicht tun sollte. Es wird auch immer schwieriger. Also. Wenn du jetzt noch nicht etabliert hast mit deinen. Mit Pokémon Sachen oder so. Dann. Hast du kaum ne Chance reinzukommen. Weil. Hey. Die Leute. Die Leute gehen eh zu den Großen hin. Nö. Die Leute. Die Leute. Die Leute kommen. Weil sie müssen in den Einzelnen kämpfen wollen. Und hast du irgendwas Schickes. Mit 6DV. Was du denen anbieten kannst. Kommen sie eh allein. Ich habe bei Mainstreams immer wieder. Dann noch so. Extra Flücher. Äh. Gezüchtet. Mit 6DV. Und allem. Und direkt auch verteilt. Und dann kamen sie angelaufen. Wie sonst was. Wie soll das wenn du. Krebschor verteilst. Mit Drachentanz. Und. Abschlag. Und den ganzen Kram. Krebutach. Bestes Junge. Ja man. Du. Ganz echt. Dafür danke ich dir mein Leben lang. Du hast mir nahegelegt. Dass Krebutach. Bestes Pokémon ist. Kann ich mal kurz sagen. Der Krieger hier. Braucht nen Intbuff. Ja. Definitiv. Denn er kann das nicht lesen. Das soll. Ja. Tata. 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 Das ist im zweiten Meister. Haare raufen. Das ist Rotmagier. Um Gottes Willen. Nein. Das ist Rotmagier? Alter. Ich habe gerade die Rotmagier Quest gefunden. Öh. Es ist immer schlecht hier. Das ist hier. Du hast also so ein Buch. Aus dem Buch ziehst du so. So magie. So magie schwer. Kau. Boah. Ich muss jetzt nach da reisen. Ist nicht euer Ernst. Da. Na. 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 oder so ein bisschen nostalgie von wegen damals noch erstes das wahrscheinlich und zweitens die meisten die jetzt in den ganzen content aber es ist aber es gibt auch mal die sind auch nicht so weit und es ist einmal schön dabei den leuten zuzuschauen weil du siehst kaum jemanden den anfang den anfangs content stream das ist das gleiche prinzip wie damals über blatt von leute schauen gerne leuten zu wenn sie ein spiel anfangen es hat sie sind die anfänger und sowas vorgehen besonders wenn sie blatt von spüren ist ein kollegen echt spaß gemacht mir dabei zuzuschauen blatt von du meinst wenn die leute drauf gehen wie bescheuert nach hinten alter kann ich auch nicht schlecht sandwürste sandwürste sandwürmer ja wenn man die leute mal fragt was was warum und dann zack alt weg ja gut euch darf ich töten ja 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 stehe und vielleicht ist es für leute mal interessant zu sehen wie man pc spieler spielt anstatt ps4 spieler weil bisher habe ich tatsächlich nur ps4 spieler gesehen damit kontrolle wäre möglich ich habe keine ahnung kann ja sein dass die leute das wirklich halt mal interessiert wie es mit pc spieler ist also ohne kontrolle in der hand statt ps4 und es ist einfach fancy aus auf maximalen einstellungen oder so was keine ahnung aus dem so bedenken leute machen gerne bei sowas damit um auf zuzuschauen auf wie sie das cool das kann ich auch so wie viele bei jane und da sind weil sie ins film ankämpfen können so lange warten ja gut das stimmt allerdings ist irgendwo tot da kriege ich das kurzen ball sollte diese scheiße von wegen dass man das andere da hin posten können ja 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 mein blablabla ja das ist echt ein bisschen merkwürdig sollte das video einfach nur auf sich selbst beschränken ja es ist es ist sein content es ist sein content und das dann wäre er wirklich tot also sein discord naja das einzige was von den toten wieder auferstanden ist ja scheinbar es ich weiß es nicht natürlich direkt zum wichtigen schieb schieb und noch wirklich ja was ich habe auch noch richtig kann sie darunter stufen sie es gar nicht ich meine dass du bei mir jetzt mod bist ja ich weiß ich bin seit zwei jahren ziemlich allgegenwärtig hier leider und ich achte immer und ich achte immer was im chat passiert und alles man so wie damals bei michiro und bei meliana und bei dem kevin wo sie scheitern und scheiß gebaut haben oh ja ja die haben scheiß gelabert und ich bin jetzt immer da ich bin aktiv hier drin und alles im vergleich was die damals glaubt wird haben ist der hier haben los ja auch sind kann ich irgendwie seit den letzten drei tagen überhaupt nicht geschlafen das ist das problem bei schlaftabletten es ist schwierig danach wieder umzuschlafen nach spieler die mir was macht der mpc da sie irgendwann hoffe ich dass wir da mit acht holten sitzen und erst mal den ganzen welt content machen also auf zero rates hätte ich bock also wenn die zuschauer bock haben habe ich auch bock brauchen halt nur leute die halt geskilled sind in dem bereich ja jetzt sind wir eine gruppe für so etwas permanent suchen also zuschauer klar mal vielleicht versuch vor mir ist mir klar ob das immer anbietest von wegen dass wir irgendwie mal so zwei drei leute mal mitnehmen und dann mit denen das zusammen machen falls wir dann irgendwann selber geübter drin sind wenn wir so eine feste gruppe irgendwann hätten da wird eh keine scheiß mehr gelernt damit sich konzentriert höchstens geweint und gelacht und geschrien das kenne ich aus trades aber ganz schön anders da wird sich da wird kaputt gelabert wie sonst was man labert sich da die ganze zeit irgendwann irgendwann nervt das ist gerade bei einer wenn wir gerade so mitten in der phase von dem kampf sind wo man einfach wirklich aufpassen das stimmt die konzentration dann kommst du aus dem konzept raus und dann fangen nämlich die ersten fehler wieder anwachsen war gelaber naja das stimmt muss man drüber hinweg kommen so klamm klamm heidel ich bin ich wieder da gib mir das ich wünsche ich damals nicht gesagt gesagt dass es nicht ein er ist das ist hier in den wobei wobei er scheinbar selber in dem ich auch jetzt glauben soll oder nicht ich meine mir ist es wurscht das ist ja so eine scheiße ich kann von namen aus entscheidung höchstens für 70 ganz weg ich muss mir meinen tassen belegung ein bisschen anders machen das jetzt mal ein bisschen war das ich weiß ich weiß ich weiß es anzeige nee sound auch nicht grafik auch nicht das war nur das da nein das war das andere muss hier layout das hat wohl belegung nein nein diese dumme schlampe kämpfen ah das ist das wo haben wir es denn hier hat elemente hat dann sagt die hümmelsflamme da seit nun mal anzeigen ach ja die kann ja den scheiß gut dann zieh ich mir auf die nummer drei mal drauf den shit für verteidiger dann mache ich das hier zum rein damage das heißt ich brauche das nicht und da brauche ich 38 auch noch nicht ah nee das braucht sich drauf moment 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 wo haben wir es denn warum was denn warum was denn warum wir sind da das wird sich eigentlich ändern hier oben du bist stark eine echte siegersegel ich werde frage gerade nicht hat die olle gerade gesagt zu mir ach ach es ist ein stumpfer spruch das sieger so und das tier in die man brauche ich auch nicht hier weil ich ja äh nicht unbedingt nicht unbedingt ich halte mich selber mehr als die mir gerade schaden ist wieso kann ich die leiste verschieben warum kann ich die beine verschieben das macht gar keinen sinn äh hast du ganz verschieben warum kann ich die sachen verschieben obwohl sie nicht verschieben verschoben werden sollen äh weil du das selber so haben kannst wie du witzig bist manche haben die auch gerne rechts zum beispiel ja aber ich wollte jetzt nicht verschieben ich wollte nur ein bisschen anpassen von den abilities so ja musst du halt das nächste feste drauf drücken ist doch doof also wie auch will die hier noch flüssig stärken alter so gut und dann mal die dinge raus die zahlen schau mal wenn ich die zahlen da offen hab dann kann ich das verschieben das ist ja bisschen in der tatsache wenn ich die zahlen da anzeige kann ich die dinger verschieben wenn nicht dann können nicht ok wir sind mal einige offen frühstück, snacks, energy fürs wocheinde oh die haben momentan energy drinks hier irgendwo im angebot bei uns im ecke bei edeka sehr interessant richtig viele ich wüsste nur nicht warum hm ein zeichen von schwäche ist stufe 40 ja ok mhm entfesselt überhebsreduktionen ausgerechnet schadens auf die beverteidiger bewirken würde 20 sekunden lang ha cool also ich kann da mehr schaden machen wenn ich denke cool wenn es eine phase geben sollte bei dem bosch immer mehr schaden machen muss oder so klar warum nicht büß 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 wo war das denn noch gleich westliches ähm mhm da war das gut um die quest noch weiter reden mit dem markt 1200 gegner abgeschlachtet ich habe keine ahnung wie soll es in der sankt adam lam lam lamakirche bin ich mag es spezielle werkzeuge ja er will eine uhr reparieren okay die bett eine bitte an mich das hat eine menge rüstung ein neuer dass du dir kolben brauchst du alles klar okay das wir kommen die schnauze wieder auf na dann machen wir das da wirklich muss nach ulter ok okay ab nach den ulter so Wie soll ich das denn schaffen in der Zeit? Goldschmiedegilde, da war ich noch nicht. Definitiv noch nicht. Hm. Aber schöne Musik haben sie hier. Bist du an der Instanz in der A7 Steppe? Ich? Nö. Wollen wir mal zu ihm? Ich habe keinen Schimmer, wo er ist. Wenn das die Steppe ist, dann ja. Ja, wo ich gegen diese komische Kampfhure dann kämpfen muss. Wow. Wollen wir mal mit die Ohren in der Mitte kommt und dann von wegen tötet die Frau von der Mitte Ohr ein, dann macht sie mich bumm. Währenddessen kommen wir 3Ls und so, dann noch die Down-Aoe-Spam, da kommen sie auch so, stehbelt die Aoe-Spam, da kommen noch mal so im Hintergrund noch mal so, Felsen-Nicht-Spam-Aoe-E. Und ich komme nicht mehr zu dir anzugreifen, da muss ich aus der Aoe rauslaufen. Der Feig, der ist nicht geil. Der Feig pisst mich gerade übelst an. Deswegen ist er ja so gut. Ich hatte die auf 30%, aber wie soll ich das in der Zeit schaffen, wenn ich dauernd von der weglaufen muss wegen den Aoe's? machte denn viel schaden mit naja die lachen sich alle beieinander kann ich kann nicht kann ich kann nicht permanent mich daran stellen jetzt gesagt musst du fünf mal gegen die kämpfer die jedes mal wieder aufstehen fünf mal mit jemal kommt hat irgendeine neue mechanik bei jenen zu beim fünften mal kommt dann ist er mit ihr ohne mit zu werden ist es kommt sie alle mechaniken auf dich ein was die sie hat davor eingesetzt geil und dann musst du sie halt besiegen bevor der meteorit einschlägt war sonst bist du in cento ich würde sagen dann auf zeit und dann passiert mimi desu alle heißt mimi desu ich habe diese diese instanzen allgemein mit mit tankklassen also nicht schaden was jetzt war viel aus aber in einer bestimmten zeit machen muss dann musst du wirklich gucken dass du irgendwie da alles irgendwie raus was wir uns irgendwie schafft das noch so ganz knapp vom ende nach einem die feuerzeit zu schaffen ja als wir gut und schön dann machst du diesen seinen gut schaden der hat mich jetzt gerade nicht halte ich dann bitte ein bronze ornamenter mal her okay das ist dann halt zwar weniger aus aber das muss ich jetzt irgendwie schaffen so krieg ich diesen bronze ornamenter mal her wo sie den herstellen wird also im camp knochenblei kann ich kaufen okay lesen ist von vorteil lesen ist von vorteil nein ich würde ich nicht dann camp blauer durst das name dunst blauer dunst sagen sagen ich weiß ich würde es für links zutrauen zu nehmen also ich würde sagen das macht irgendwo halbwegs sind wenn du eh schon blau bist hast du durst mehr immer mehr und ich bin wieder gesagt scheiß ich muss irgendwie mich irgendwo hinstellen wo mich die au ist nicht treffen alle so der mit stanz an so alles woanders gehen du hast damit stanz ja ich halte weniger aus im simbogen ja hier stehe ich schon mal gut hier stehe ich schon mal gut das ist interessant du hast und der mensch der sich eine defense stanz ich habe auch mit die füge ich habe beides ja ich habe mit dem stanz eine so oft links andere für main tank wenn du einmal warst einfach für mädchen auf tank aus deswegen macht ja auch mehr schaden als der flieger okay scheiße es ist knapp jetzt wird es knapp na schauen wir mal auch mein chocobo please komm ein auto ich kann nicht fressen ein auto ich kann nicht fressen aber nicht zwei er schaffe ich wieder so knapp nicht da fährt ein zug aber dann haben wir den tunnel zugemacht die hat noch zwei prozent verdammte scheiße versuchst du noch einmal man die hat noch zwei prozent dieser ex die beschwört die regen mich so auf reg dich nicht auf mein junge ich muss ich muss ich brauche meinen unverwundbar am ende damit ich in aoe drinnen stehen bleiben kann der war gerade nicht mehr wo die alter pistas an ich hasse diese inhalte mache ich jetzt noch den dungeon oder dass ich den 20 minuten locker 20 minuten locker auch kann nicht anmelden bin zu niedrigem level doch mindestens 38 ist natürlich auch so eine sache ich kann jetzt reinkommen kann aber den freigestellt habe ist irgendwo sehr sehr doof ich kann gut verstehen warum bei diesem kampf meine hp bis fast 70.000 hochgezogen werden das nächste wir mussten den scheiß entkaufen ein bronze ornament haben schluck auf ein bisschen bestimmt nicht da drin das wäre merkwürdig auch schimmelkäse wo kann man hier den hammer kaufen ich wünsche ich kann den minimap ein bisschen ziehen das muss ja bei der hier sein wollen wir sehen augentropfen kann mir kurz einer helfen dabei ich check das nicht wo ist denn der reparatur typi hast du vielleicht was danke schon gefunden post ganz genau so viele schöne quäste mein level das passt doch perfekt da oben bruder herz in not und ramponite bilden die die ju ich wusste den priester befragt seine robe zu flicken natürlich zu flicken nicht flicken was geht kreislauf von tod und solche ich hab dein hammer habe ich schon öfter dinge repariert ich weiß es nicht nein das ist wieder so eine blöde rüstung nein 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 wie sieht die aus ich will meinen kurzschule nicht verliehen am kopf nee fucking a so müsste ich das locker schocken halte es gut shit werkzeuge bekommen und gelitten nein gelitten habe ich nicht nein nicht du mach repariere markes die um funktioniert wieder die zeit der position das mag jetzt abgelaufen seien doch die uhr denken sie weiter ich finde es geschehen das überrascht dass mir die reparatur überhaupt glücklich ist was los warum kann ich uhren reparieren weiß nicht linke finger sachen ich dass der jetzt auch noch kämpfen will doch nein bitte nicht kommen mach keinen scheißspiel ey bitte nicht schauen wir schon kretschi meint jetzt wird es lustig sag mir bitte wenn er den zweiten kampf erscheint dass er den ersten mal machen muss ja halt die fresse alter eneritsch eneritsch blöde Sascha warum wirst du mir das anmachen sag mir bitte dass er den ersten kampf nochmal machen muss bitte nein ich muss das gegen den anderen erstmal kämpfen ach nee ey das weißt du ja nicht das ist ja voll gemein wenn wir den zweiten kampf verkacken muss den ersten mal machen ue he 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 gut den ersten ganz ehrlich als ähm Dragoon durchzumachen wir haben bestimmt richtig einfach aber als Paladin ist das so nervig ja schön du hast auch als Dings als Dragoon mal mach das mal mit Paladin alter klug scheiße hier oh halt auf zu labern Kumpel Hi Dirty Ska was geht bei dir Dirty Ska Dirty Ska oh nein das ist der dreckige Den alter was hab ich für Kumpel was ist das hier Bund Hydra Ehtackel Bund Steinkab Bund Wind Kram was ist das nervig ey alter wieso 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 muss ich erst vor da spielen nein servus mit ihrem kleinen Stäbchen ja hast kapiert ja was war die Codebox Code still nicht Codebox denen gehts gut seh ich hi wie seh ich aus wie seh ich aus wie seh ich aus wie seh ich aus hat die grade süß gesagt bitte was bitte was der macht wenigstens keine lip-sing-videos so wie so wie Dings hier und der ist auch süß nein was geiles Depp ich muss dich ehrlich jetzt Ishtula spielen man ich hab 4 Skills alter willst du mich verarschen ach guck mal da sind ja die Cactus-Typies wieder du hast ja gemeint von wegen 1000 Nadeln ja scheiße ich will Ishtula nicht spielen oh ja au das tut weh what the hell ich mag sie Dizidia nicht und ich mag sie hier auch nicht sie ist denn Dizidia drin? ja Dizidia ist die character what the hell ja eh Max-Männer Sterbkämpfer du hast echt nicht gelogen als du gesagt hast die 1000 Nadeln tut weh holy shit das ist von jedem Fall mit Pencil so hammergut sei froh dass das hier kein One-Hit ist mehr oder weniger ich meine im Vergleich zu den 100 Nadeln tun die echt hammer weh uff ja zieh ich auch nochmal eben 900 Nadeln mehr haha ja so ein bisschen ja ein bisschen warum ist hier das Gebiet grünlich? ich will nicht ja gut der Kampf ist ja wirklich gerade scheiße einfach das ist einfach die Karte gesagt von wegen ist ein bisschen wasser hm und wie Windra ungestörte Trauer was macht Windra alter? das macht nichts Tja Windmagie ist halt so ziemlich die beschissenste Magie die man haben kann naja sonst kann es auch nur keine Steine auf ihm machen ey Steine tun weh ui ja du musst spürst aus Erfahrung ne ja ja natürlich hä ja dauert schon mal als ich als ich als ich noch mal spielen musste ey man war das scheiß du fuhrii ey ich jetzt was sind das für scheiß Stäbe der Windfall gibt nur ein dot ah ist gut zu wissen ich finde ich oder scheiße ganz ehrlich die is so drückend nein hier nicht sterben böser hier nicht sterben müssen wir echt sagen wir machen mittlerweile echt gute schaden die Typ hier du willst dich verarschen du willst mir erzählen dieser blöde bastard darf auch nicht sterben wie ich muss jetzt die andere auch noch mal machen nur weil dieser kacklappen gestorben ist ich hoffe es so sehr alter ich schwöre es macht keinen scheiß ich hoffe es so sehr für dich es wäre lustig bitte bitte mach jetzt keinen scheiß man doch ich glaube es nicht der andere kampf war so kacke einfach wer hat den bitte zu den mpc gesagt er muss unbedingt in je drin stehen seit wann spiele ich seit anderthalb wochen ja anderthalb wochen alter was ist das für eine verarschung ich kann direkt schauen wann er kam der erste part auf youtube hochgeladen ja so zwei tage dann nach ungefähr ich glaube es nicht können wir schön vor hätte da lassen dann soll das wäre echt super der erste part kam siebten also gut und gerne zwei wochen tatsächlich abgesehen davon dass ich nicht jeden tag gespielt hat sondern nur unter der woche am anfang alle zwei tage kann ich nicht meinen charakter spielen ich habe geheilt aber der kanil abbekommen wieso muss wieder alle kinder besiegen wo ist denn hier ein gegner du scheiße stirb die typisch die sind aus wie aus dark souls holy shit ich war lieber bar zu spülen als den kampf jetzt nur noch mehr noch einen von den typen kann man für ein schönes bestiarium weil noch ein ich glaube es braucht noch einer ich werde gerade angewistert vor dem cremigen kufladen cremiger kufladen aber gut erst mal auf die schwarze liste packen waren jetzt ich doch nicht gott der wird alter cremiger kufladen wie kommt man auf sowas wie kommt man auf der drüben nase ich habe keine ahnung der drüben warum einer ganz am anfang und wenn du ganz ehrlich spiel mal uns gelb dann weiß was behinderte namen sind ich habe ich habe lebenser gespielt das reicht mir schon und wieder mit ich schule rein in die front aber gleich schon zwölf uhr na ja was macht äther quelle überhaupt liest du den tooltipp kann ich hier gerade irgendwie schlecht das ist ja nicht mein charakter und das hält ich auf kann das nur in diesem skill menü dafür habe ich bei ich will ja hier nicht und starte räucherstäbchen hier und ein monster räucherstäbchen steht da schon mal nicht mehr und ein monster ab der räucherstäbchen auch hier für bin ich wunderbar nicht nur angriffen werde wenn ich einen monster ab der räucherstäbchen irgendwo hinlegen auf diesen namen muss einfach klarkommen oh man schwör ich lass dir nicht mehr unter die unter dem viertel seiner hier kommen weil die traurig sind wasser scheiß dreck hey limbo ach wenn du leidest das weißt du doch da geht es mir gut ich weiß ich weiß ich weiß nein du blödes arschloch nicht sterben nicht sterben ey ich schwöre dir stecke völlig auf es kommt gleich du blödes arschloch es kommt gleich nein noch nicht noch lebt es nein jen meine fresse du bist du bist ein stück scheiße meinst ständig dauernd macht doch diesen macht doch keinen scheiß alter ah ich sag weil gibt mir mana wieder jetzt ich muss nachher die cutscene lesen oder man zu ihnen jetzt den jeff wahrscheinlich muss er die lesen ja nein muss ich nicht nein das überleben irgendwie irgendwo ich habe es nicht gemundet soll ich was gehen wir ab die steht euch dauernd lever hat neues kommando bitteschön hast du den stoff ich habe das zeug für dich platt gemacht hat ganz schön weh nadeln hände und wenn ungefähr ein geschenk für die fahrer dicken geldbeutel 1 wie soll man das wieso gehen die stäbe jetzt nicht mehr kaputt das schicke ich nicht wieso war hier jetzt auf einmal weg auf einmal kamen stäbe die ich nicht kaputt machen kann das nicht so bisschen geld und hey markes kleine kutschle was gibt es der war auf zehn prozent der passt aber auf zehn prozent zehn prozent zu viel auf einmal kriegt er kein schaden mehr sind die stäbe kriegen kein schaden überall das ganze feld ist von aui hast du erreicht oder was nein gibt da keine ich hätte unter der zeit kaputt machen müssen die an dieser stäbe der hat aber die haben alle keinen schaden mehr er trinkt diesen sonnennektar bitteschön auch für mich der saft der kaos womit habe ich das verdient von ich meine da steht kam in seinem namen aber ich würde sich trinken also heißt sehr freundlich aber das kann ich nicht annehmen ich will den saft vater eluit bringen so wie der sich einsetzt hat als er verdient und der vater stirbt alles saft ist vergiftet das ist hier war das welt für die situation das situation ist lang was du jenna ist weggelaufen wie sind die aus btb und die gehen voll klar der schuld hat einen wichtigen spell für das ende die hat vier spells den einzelnen ein für den schaden dann einmal dann einmal dots und einmal äther quelle für das mana man tatsächlich nehmen zu weg oder was er gewohnt mir nicht mehr angezeigt ein dicker gillbeutel geld geld meins haha der war noch gar nicht auf der skinleiste drauf wie soll ich den aktivieren wenn er gar nicht drauf ist auf ihrer skinleiste wer ist mit einem zimt keks kreis sind sündhaft teuer wirklich come on ein keks ein keks und geben mir zwei fette geldbeutel ist euer ernst es ist doch das ist doch ab okay okay so ist der ach da leichentransport gut würde ich sagen da mache ich auch den cut an heute ich habe hunger machen mein magen kann man kann es dir essen und kannst du nach weit haben machen aber ich muss noch was machen hier im haus muss die flaschen weg bringen mit hunden raus wahrscheinlich aber schwester wahrscheinlich zu doof ist das zu machen und also kram weißt doch ich bin sehr beschäftigter mann wenn ja natürlich natürlich sehr beschäftigt was er nicht umbringt es macht dich nur stärker ich wollte dann schreibe es dann schreibt diesen spruch für dich um und machst du wie geht da was ich um bringt macht dich stärker ich habe ja keine dragon balls zu haben die mich danach wiederbeleben können damit ich von dieser stärke in anführungsstrichen profitieren könnte tja was soll ich machen dich erhängen gehen voll gemeinde junge auch wenn der kampf gegen die olle ja schon noch reine routine ist das ist ja schon gleich mehr so das problem am ende händler aus der bucht des abends sterns leichten sport einige der toten haben keine lebenden angehörigen mehr was im grab eine richtig du bist da schon mal selbst bevor er sagt dass das kommt hat er doch nein dass danach nach der ollen noch mal ein kampf kommt hat er mir erst gesagt wenn ich den kampf gegen die olle geschafft habe hey das würde ich bei manchen sachen echt bevorzugen wenn die leute mir sowas nicht spoilern würden sich tausend mal wenn ich streame das ist schön für dich ja eben mir würde so was gefallen ich brauche erst mal ein bisschen er hat sie ausgelockt ich freue es mal wissen ich darf jetzt auch kummer die dinge habe ich liegen lassen ich darf pflanzen aufnehmen ja entweder drankwirst du spielst bis ins fordert online aber auch kirito alter ne ich spiel ja fattel bullet da bin ich kirito da habe ich eine waffe in der hand weißt du wie der mit seinem schwert angefuchtet kommt halt den schieß ich einmal durch den schädel das behör man warum hast du mich lieben lassen warum ich hasse diese normalen inhalte wie es schon mal als jeder way und die bleiben hier liegen tja scheiß laufen ja guck mal das ist das kohle fisch wieder sollte her auch mal ein bisschen rammlos heute weniger rater mehr tun so kutscher mein freund ich habe eine ladung für dich besteht aus blumen alter wollen die in ihre ihre durchfragen gemacht studie mehrheit in deutschland sieht zuwanderung als bereicherung ist eine bereicherung an sich vielleicht 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 die vielleicht die firmen und so weil sie billige arbeitskräfte kriegen nein und dann hätten und dann und dann was ist denn ich nehme mal die massen mal ein ohr frei damit was kommt was für eine post paket was ein paket ein dampfer ja was das irgendwie mein amazon gesagt hätten die die nicht irgendwo zudecken können ich meine man kann ja schlippi sehen ja auch dass du nicht irgendwie mein dampf also schon meinen meinen konnte ja nein du brauchst du das an keine antwort naja muss sein geld auf mein konto überweisen was für was wirklich einen eigenen was denn bei kursi bei könnte man jetzt nicht eigentlich essen ich mein toter kohl so wir geben die kreis noch ab und jetzt heute wirklich feierabend von meiner seite dann werde ich ein bisschen was machen real life technisches und dann werde ich noch ein bisschen was aufnehmen wollen das heißt ich gehe dann nachher auch im discord hier raus apropos discord bevor der ist wieder anmerkt wegen das sind so viele leute darin würde schön könnt ihr zeit reinkommen ich wollte gar nichts anmerken ja das hat heute nicht angemerkt nicht ein einziges mal du sagst nicht sonst hast du immer von den art ist gott ist gott wenn ein paar leute sind du hast gesagt du hast gesagt alter ich soll es nicht mehr anmerken ja ich bin gut dass es dabei jetzt aber weißt du denkst um zwölf uhr acht dran wenn du schon drei stunden am stream bist ja denn deine 21 zuschauer hat es auch mal dran denken können nein gerade dann nicht weil dann heißt es ja natürlich so von wegen ja wir kommen es einfach mal rein und dann habe ich ja tote leichen im discord rumliegen jetzt brauche ich auch nicht unbedingt weiße schon mehr wenn wir mal mehr feine fans direkt machen würden dann wären sie auch alle glaube ich gesprächiger sowie pizza drache das stimmt allerdings auch und die mehrheit besteht nun mal leider immer noch aus den ganzen die thema anhängern ja aber selbst diesen kannst du nicht in eine kategorie groß packen die sind wirklich weitläufig also ich meine aber keiner von denen ist die feine fans die 14 hingeneigt das weißt du nicht was du nicht groß nachgefragt also da ich schon einige gehört habe wie sie es wie sie geschrieben haben es ist nicht ihr spiel einige aber nicht alle tust so als wäre jeder hier wirklich aktiv sind immer die selben die schreiben man kann ja leute zum schweigen man kann die anderen leute zum schreiben bringen man muss die nummer tanken ich tue jetzt bestimmt nicht jeden einzelnen decken hier täglich von über die hälfte in die online sind alter selbst juni ist noch mitglied in seinem disco haben wir auch nicht so lange mir von ihr gehört aber gut so gut so ich weiß auch nicht warum gut leute ich bin da mal für heute raus hier aus dem twitch bereich mit feinen fantasy wenn ich morgen noch die game time habe um zu zocken ich hoffe mal dann können wir gerne weitermachen ja ansonsten müsste ich mal gucken schauen wir mal wo haben wir denn da was das wollte ich nicht schauen ich wollte nachschauen nach suche suchen feine fantasy was denn äh key nein run reborn time cards europe 20 euro 80 kannst doch einfach über die seite kannst christian zwei schon über paypal und sowas aufladen 20 20 euro 80 für 60 tage geht doch voll klar kannst du gerne machen wenn es die aber per code geben es ist gut also oder wenn es die karte schicken da musst du halt warten der ist es immer per code normal wo noch mal da wo ich bestelle ja wo bestellst du mal bei g2a sag mir nichts der typ hat da 150.000 verkäufe 99 prozent positive bewertung ja das ist eine sichere quelle also ne ich wünsche euch noch einen schönen tag ja nicht so viel naschen von naschkeksen die sind nicht unbedingt gut aber man hört sich vielleicht morgen definitiv morgen ich muss ja eh bescheid geben falls die game time ausgelaufen sein sollte aber ja auf dem weg zu 40 sag tschüss bye guter junge guter junge 25 sag bei